Okay, liebe Freunde, es ist an der Zeit, ich werde einen Charakter löschen, Randolph. Es ist an der Zeit für einen, wenn denn den Randolph, es ist an der Zeit für einen neuen Darkest Randomizer. Ich habe letzte Woche einen gemacht und ich dachte mir, ja, war ganz nett, ich habe eventuell ein paar Fehler gemacht, ich habe einige Dinge übersehen, aber jetzt wo ich wieder weiß, wo alle Key-Item-Locations sind, bin ich motiviert, dass ich es besser hinbekommen werde. So, wir brauchen erstmal eine gute Startwaffe, hier haben wir, oh, ist die seltene Geisterklinge, glaube ich. Die so selten ist, dass sie niemand überhaupt kennt. Kristallschwert, gefällt mir nicht so gut, Vagabund, das sieht auch shit aus, so eine schicke Stiefel. Dieb, nee, 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 ist das das Silberritterschwert? Nee, oder? Ich habe keine Ahnung, was das ist. Vandit, Keule, Jäger, Müll. Uh. Uh. Nee, aber komm, wir müssen den Randomizer ein bisschen leben. Dementsprechend, wir nehmen den Battler. Wir haben, wir haben viel zu gute, wir haben viel, 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 viel zu gute anfängliche Waffen. Deswegen nehmen wir einfach den Battler, damit wir, damit wir Schönes erst finden müssen. Ich meine, ich könnte natürlich mit dem Holzhammer anfangen. Und er wäre auch wirklich stark, aber wo ist da die Leidenschaft? Wo ist da der Spaß? Wo ist da der Randomizer? Deswegen starten wir mit dem guten alten Dolch. Der Kerkerzellenschlüssel. Und diesmal weiß ich definitiv, wo noch eine Schatzruhe in den Archiven sein wird. Capra Demon. Mit Easy Asylum ist wohl auch der Boss hier unten gemeint, aus irgendwelchen Gründen. Wahrscheinlich kann man den nicht irgendwie extra noch anders randomizen oder sowas. Außer von Jotun Loki, 53 Monate, Resub, viel, viel lieben Dank. Aber das Geisterschwert, das nie jemand hat, keine Sorge, ist ein Randomizer, die wahrscheinlich hätte, dass wir das irgendwo finden werden. Ist genauso hoch, wie, dass wir irgendeine andere Waffe finden. Also, alles noch im Rahmen. Oh, das ist Capra. Da kümmern wir uns später drum. Den sollte ich mit meinem Dolch irgendwie down bekommen. Auch wenn ich gar kein Fan bin, gegen den Boss da oben zu kämpfen, aber okay. Und ich habe auch eine Kleinigkeit bei einem Enemy Randomizer geändert. Und zwar habe ich eingestellt, dass auch Gegner... Warte mal, warum? Ne, warte, es ist randomized. Warum sind die normalen Gegner nicht random? Nein, warte, ne. Ne, warte, hier sind Hollows. Ist nur Zufall, dass hier gerade diese Untoten sind. Man kann sagen, es ist nur randomized, aber hier sind normalerweise nicht die Untoten von der Burg. Es ist in der Tat randomized. Außer von Freakim, 25 Monate. Wie ist das? Oh Gott. Wie viel lieben Dank. Hey. Uh. Oh, nein, Oskar, was ist da los? Was ist da nur los? Uh, ähm. Vorsicht, nicht die Treppe runterfallen. Das Problem ist, wir müssen ihn killen. Er wird mir nämlich sonst die ganze Zeit hinterherlaufen. Oh mein Gott, er hält viel zu viel aus. Aber wenn ich ihn nicht kille, wird er hinterherlaufen zum Kampf gegen Capra und das wäre sehr nervig. Ich kann auch nichts dafür, aber er hat mich angegriffen. Wir sollten so schnell wie möglich versuchen, eine bessere Waffe zu finden. Hey. Stehen bleiben, kleiner Mann. Es ist vorbei. Aber Kampf gegen Capra könnte auch ein bisschen nervig werden. Da freue ich mich also schon sehr drauf. Und wisst ihr was? Das war ein sehr viel tieferer Fall als erwartet. Aber man weiß ja nie, was alles passieren kann. Wir machen einfach mal die Tür auf. Erst fällt er die Treppe runter und dann das. Hätte man besser Schaden genommen, wenn die Treppe runterfallen. Schon wieder der dumme Schleimhaufen? Oh Gott. Mache ich denn das jetzt am besten? Der kille mich mal. Bring mich mal um. Ich will, dass der unten in seiner Arena ist. Es bringt mir überhaupt nichts, wenn er hier oben herumsteht. Und mit den ganzen anderen Gegnern, die viel zu stark für meinen dummen Dolch sind, mich angreift. Das finde ich gar nicht hilfreich. Können Bosse auch dort spawnen, wo normale Gegner sind? Ah, ich habe eingestellt, dass sie mit einer Wahrscheinlichkeit von 3% statt normalen Gegnern spawnen können. Aber ich habe auch eingestellt, dass wenn ein Boss statt dem normalen Gegner spawnt, dass er auch besiegt bleibt, wenn ich ihn einmal gekillt habe. Wir werden also ein paar Bosse zwischendurch noch sehen. Nicht viele, aber ein paar. Ein paar. Mieser Tag seit langem für den kleinen Pilzmann. Ja. Ich meine, er ist gestorben. Das ist üblicherweise für die meisten Leute ein relativ schlechter Tag. Immerhin ist sie hier genervt. Keine dummen Hunde bei ihr. Capra Demon ist für dich weiblich? Oh mein Gott, das ist so viel Schaden. Kommt demnächst mal wieder eine Nuzlocke. Nö. Oh mein fucking Gott, geht doch mal... Der dumme Schleim! Ich gehe doch nicht auf die Nerven hier. Die Ziege. Ja, aber es ist hauptsächlich ein Dämon. Oh Gott. Easy Asylum. Ach du meine Güte. Ach ja. Er kann sich ja super schnell umdrehen. Das soll Easy Asylum sein. Warum kann ich von hier aus nicht rein? Oh mein fucking Gott. Wird das jetzt so... Äh, ein Däher-Di-Dass-Ziegendämon wie mit Nutella? Nein, das ist der Ziegendämon. Das ist keine Frage. Schlicht, also schlicht ergreifend, wie es funktioniert. Und sonst wäre es die Dämon-Ziege. Ja. Momentan sollte es auch keine Frage sein. Ich meine... Offiziell ist ja alles richtig. Rennt doch mal von da raus! Oh mein fucking Gott. Ich hatte kurz die Hoffnung, dass ich keinen Fallschaden nehmen werde. Meine Hoffnung wurde mir genommen. 25? Was ein Counter-Hit. Beziehungsweise 15. Ich muss nur ein bisschen aufpassen. Bisschen frech sein. Nicht zu frech. Immer schön den Angriffen vernünftig ausweichen. Nicht meine ganze Ausdauer leer werden lassen. Und dann... Dauert das trotzdem noch fucking Jahre. Das könnte schlimmer sein. Ich muss mir einfach nur merken, dass ich nur zweimal zuschlage. Manchmal kriege ich einen Counter-Hit. Direkt dicker 25. 20%... Äh, 50% Bonus, wenn er wegspringt. Ja, gestaggert! Von meinem Dolch! Au. Ich nehme ein bisschen zu viel Schaden, muss ich leider sagen. Ich muss ein bisschen mehr auf Distanz gehen. Eins, zwei... Ach, komm schon. Wurde auch nicht die I-Frames. Ich könnte mal einen schweren Heap machen, nach dem Folgeantriff. Au. Oh Gott, schlechte Idee. Schlechte Idee. Schlechte Idee. Ich meine, Capra ist an sich nicht... nicht das größte Problem. Das Problem ist, dass ich absolut keinen Schaden austeile. Jetzt treu ich mich auch nicht mehr zuzuschlagen. Ach, komm schon. Ich könnte den Sprung mehr baiten von ihm. Was machen wir das? Spring! Nein, springen! Ja, das kannst du auch machen. Auch wenn er mich killt, falls du mich damit erwischst. Aber das ist okay. Wir schaffen das! Easy Asylum! Vergess das nicht! Das leichteste Asylum aller Zeiten. Easy! Easy Asylum! Easy Asylum! Lass mich euch eine Geschichte erzählen. Und zwar diese Woche, die letzten Tage. Hauptsächlich gestern. Habe ich an dem Video über den Aufstieg und Fall des Hamster-Dance gearbeitet. Hauptsächlich, weil ein Was wurde eigentlich aus dem Hamster-Dance ziemlich langweilig. Ich wäre, denn mir wäre interessiert, dass wir reden von dem einen Lied, ihr kennt das seht. Ich werde nicht versuchen, es nachzumachen. Ich habe kurz darüber nachgedacht. Ich habe mich dagegen entschieden. Und, äh, yeah. Dafür habe ich, ähm, ich habe einen Artikel dafür gelesen, der war von, keine Ahnung, Hamster-Dance, das ist von einem aus Kanada. Und zwar dann von irgendeiner komischen Kunst-Website aus Kanada, keine Ahnung. Und sie haben einfach den längsten Artikel über den fucking Hamster-Dance gemacht, den man sich nur vorstellen kann. Sie haben so viele Leute interviewt, die damit in Verbindung stehen und sowas. Und ich habe die Scheiße gesehen und ich dachte mir, das ist für mich fantastisch, als jemand, der ein Video darüber machen will, aber wer, wer würde das aus dem jemals lesen? Wer ist im Jahr 2018 so interessiert am Hamster-Dance, dass er einen fucking eine Stunde lang Artikel darüber durchliest? Wer ist so interessiert daran? Ich, ich, ja. Kann ich mir vorstellen. Auf jeden Fall, der Artikel war hilfreich. Und bei dem Artikel, oder generell bei der Geschichte, eine Sache, die Person hinter dem, ähm, Hamster-Dance ist, sie ist sehr nervig. Das ist eine Kunststudentin. Sie war zu der Zeit, zu dem Zeitpunkt eine 37-jährige Kunststudentin. Ich will nicht ihr Lifestyle von anderen verurteilen. Ich will nur sagen, das ist, ähm, weil sie jetzt das Gefühl hat, hm, kann vielleicht ein bisschen nervig sein, dann, yeah, yeah. Sie, sie hat die ganze Sache sehr ernst genommen, war sehr erzürnt, wenn jemand ihre glorreiche Idee von dem geklauten Lied aus dem Robin-Hood-Intro, in Kombination mit geklauten Hamster-Gifs, wenn jemand die Idee von ihr geklaut hat, war sie sehr erzürnt. Und, ja, sie wollten daraus dann noch eine richtige Marke machen. Und, ja, lauter solche Dinge. Und es hat halt nichts geklappt, weil es war einfach nur dieses dumme Eine-Lied. Und, oh Gott. Sie hat auch so viel Scheiße erzählt. An einer Stelle, es war aber in diesem super langen Ticket, hat sie gesagt, yeah, pro Monat habe ich 10.000 Briefe bekommen. Sie hat spezifisch angemerkt, äh, Letters in dem Fall. Weil, weil sie auch angemerkt hat, ja, viele hatten damals noch kein Internet. Ja, bestimmt, dass du pro Monat 10.000 Briefe bekommen. Ich kann es mir vorstellen, wie in deiner Studentenwohnung, sie hat an anderen Stellen auch angemerkt, dass sie nur in einer kleinen Studentenwohnung wohnt und kein Geld hat und sowas, sondern das Geld dringend gebraucht hätte von dem Hamster-Dance und sowas. Und, ja, ich kann mir vorstellen, wie du in deiner Studentenwohnung dann pro Tag 300 Briefe bekommen hast. Wenn man aber in der Zeit zurückspult, in anderen Artikeln, äh, aus der Zeit von damals, ist dann die Rede davon, äh, davon, dass sie 1.000 Mails pro Woche bekommen hat. Oh ja, fucking 10.000 Fanbriefe. Fanbriefe vom Hamster-Dance. Ach, meine Fresse. Und, ähm, eine Geschichte, die sie auch erzählt hat, war, oh, da hat ein Vater, hat mir geschrieben, was auch 10.000 Briefe pro Monat, aber dir ist nur eine positive Geschichte eingefallen, aber okay, wie auch immer. Äh, der hat geschrieben, oh, mein Kind ist, das war auch echt komisch anzumerken, das Vater geschrieben hat, hey, mein Kind ist super krank und sowas. Und, äh, fühlt sich eigentlich immer schlechter, der Hamster-Dance hat sie zum Lachen gebracht und danke, dass du ihr noch, dass du beim Kind noch irgendwie ein paar mögliche Momente beschert hast, was auch eine, ich weiß nicht, ich, ich finde es ein bisschen, äh, sehr geschmacklos, so eine Geschichte zu erzählen. Ich habe Capra übrigens, wie sie Kontext davon, oh, siehst du, wie gut das Ding ist, das ich gemacht habe für die ganze Welt, das ist, ah. Ich meine, ich, ich habe keine Zweifel daran, dass es passiert ist, aber, dass die Eltern gesagt haben, hey, mein Kind hatte da nochmal Freude dran und sowas, aber das ist doch keine, ach, Gott, das ist doch keine Geschichte, die man so dann sagt, hey, seht ihr, wie viel Leuten das bedeutet, nein, 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 das ist das, du prallst doch nicht damit, ach, Gott, ne, 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 ne. Mr. Onkel, äh, Vernon, ich halte auch mal, wie das ist, ihren Brief schnitt sich zu, Hermann, damit nicht noch mehr Briefe reingeflogen kommen, wahrscheinlich. Willst du nicht 300 Briefe pro Tag bekommen? So, wir haben Grim Capra besiegt. Puh. Mein Gott, das war eine Geburt. Das war eine Geburt. Der große Feuerball. Ja, ehrenwerte Ritterseele ist direkt für den Beginn des Runs ziemlich hilfreich. Vielleicht sollst du irgendwas tragen gegen deine Krampfadern, Mann, Alter. Ich weiß nicht, ob die so gesund sind, ehrlich gesagt. Der Arme kann sich keine Rosen leisten. Ich weiß nicht, es scheint mir mehr ein Fashion-Statement zu sein. Uuuuh. Blue Tearstone Ring. Ah, die Feuerhüterseele würde ich doch mit Vergnügen gerne mitnehmen. Also mal rüber wachsen, mein Alter. Fünf Humanity direkt verdient. Das ist das Naturfellkleid. Das gefällt mir gar nicht. Warum flackert das Bild so? Ah, das Bild flackert nicht. Vielleicht liegt es an deinem Videoplayer und du sollst die Seite mal refreshen. Große Glut! Maske des Sprösslings. Große Glut ist so gut. Damit können wir Waffen auf plus 10 bringen. Schattengamaschen. Okay, wir werden keine Hose tragen in diesem Run. Kanalkammer-Schlüssel. Oh, jetzt bekommen wir sie direkt zu Beginn, oder was? Also den Schlüssel. Ne, 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 ne. Oh Gott, der ist schon wieder. Oh, der ist schon wieder. Ich hasse diesen Gegner. Oh Gott. Aber er hasst mich auch. Ich nehme auf dem Friedhof noch ein paar Items mit, wenn ich schon mal hier bin. Ich bin gewillt, dafür 300 Seelen aufzugeben. Sanctus. Ein bisschen HP regenerieren. Kann hilfreich sein. Dritter Seele. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Welches System zockst du? Ich meine, es ist Randomizer, also auf PC. Ich glaube nicht, dass es den für Konsolen gibt. Außer von Robin. Für würzige 25 Monate. Wie sub, wie lieben Dank. Was haben wir hier? Grüne Scherbe, Zauberei, großer Seelenfall. Will ich beides nicht wirklich haben. Vor allem die grüne Scherbe. Ich weiß nicht, wann ich zu... Okay. Das sah wenigstens cool aus. Ich weiß nicht, wann ich zuletzt irgendeinen Elementar-Upgrade-Zweig von irgendeiner Waffe gewählt habe. Ist einfach sehr schlecht in dem Spiel. Füstenklingenrobe. Jetzt kommen wir dem Look doch langsam näher. Ich könnte die Seelen einsetzen. Aber ich glaube, ich will noch nicht. Warte, war ich hier hinten? Ich war hier hinten. Denn ehrlich gesagt will ich erstmal schauen, was wir vielleicht für eine Waffe finden. Damit ich sehen kann, welchen Upgrade-Zweig ich in etwa wählen will. Generell eine Waffe, die nicht komplett Müll ist zu finden, fände ich ganz cool. Ehrlich gesagt. Fände ich ganz nett. Aber eins nach dem anderen. Wir müssen ja auch nicht übertreiben jetzt. Direkt Estos plus eins. Wichtig und mächtig für den Anfang. Gibt es hier unten eigentlich irgendwas Interessantes für mich zu finden? Eigentlich die Stärke für den Sanktus-Schild. Nee. Nee, dann lass den mal. Dann lassen wir den erstmal. So, hier lagen auch noch ein paar Items rum. Die ich mal mitnehmen sollte. Da wir aktuell noch nach einer Waffe suchen. Noch eine Ritterseele. Oh, mächtig. Mächtig. Die sind auch sehr mächtige Gegner. Wenn wir mit denen ich nicht wirklich auseinandersetzen will. Stolzer Krieger für 500 Seelen sollte ich mitnehmen. Wir setzen eine Ritterseele ein. Dann nehmen wir den stolzen Ritter mit. Wieviel bringt stolzer Ritter? Wahrscheinlich nicht zu viel. Wahrscheinlich war es das nicht mal wert, die 500 Seelen dafür rauszugeben. Na ja, doch, dass es sollte es. Ist ja ein stolzer Krieger. Ritterseele digitiert quasi. Inwiefern? Digitiert man mit Stolz? Drachenstein. Drachenstein. Ah, BW. Ist er... Soll das hinten so aussehen oder ist er Thief oder sowas? Ach, das Tor ist schon offen, oder? Ich hab keine Ahnung. Gibt es da ein Wappen Stolzes? Ich glaub nicht. Stolz wird üblicherweise als eine Charakterschwäche angesehen. Ich mein, in Anime nicht zwangsweise zu sehr, aber... Ich weiß nicht. Das Wappen Stolzes fände ich ein bisschen komisch. So, hey. Ich bin so stolz. Weiß es nicht. Das ist eine Todsünde. Ja, ich bin mit Master Key gestartet. Äh... Ich mein, wir könnten... Ich glaub, wir werden auch mit dem, äh... Mit dem Blitzsperr, ehrlich gesagt. Werde ich das komisch den japanischen Ange, wenn wir ehrlich sind? Ja, das stimmt. Aber ja, Digitritter des Stolzes, das ist... Das wird... Das wär seltsam. Ja, komm, wir haben ihn schon halb davon. Das ist kein Problem. Der Blitzsperr ist generell, wenn man noch keinen Upgrade hat, ist der Blitzsperr insgesamt eine sehr gute Waffe. Der Blitzsperr ist nämlich schon auf plus 10. Das heißt, ich hab effektiv eine plus 10 Waffe hier gerade gefunden. Sperre in Souls Games sind cool. Ja, der normale Sperr ist aber super scheiße in Dark Souls 1. Außer man findet speziell den Blitzsperr, weil er, wie gesagt, effektiv auf plus 10 ist. Der hat ziemlich in Ordnung. Da ist ein 3% Random Boss. Nein. Der Zombie-Drache, ähm... Der zählt auch als Boss. Wie viel Seelen krieg ich dafür? Nur mal die Seelen rauch... Hab ich jetzt keine Seelen gekriegt? Wirklich. Wirklich, ihr gebt mir keine Seele dafür, dass ich den Caping Dragon gekillt hab. Okay, cool. Kann man machen. Würde ich nicht, aber kann man sicher. Die Gritta ist stolz, ist sein Bodybuilder, sein Wappen ist sein Spiegel. Die Wappen sind alle ein bisschen... Sie sind alle sehr spiegelnd und golden. Sie weiß nicht, ich geh da doch nicht hoch. Ich wollte eigentlich da oben noch das Item, mit dem wir jetzt noch nicht sehen, was da alles für Gegner sind. Nee, 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 nee. Nee, man muss ja auch nicht jeden Trend mitmachen. Mein Dark Souls Randomizer endete, als er ein normaler Gegner zu Manus wurde. Aber wieso? Du kannst doch an normalen Gegner einfach vorbeilaufen. Und deswegen gibt's inzwischen die Einstellung, dass wenn normale Gegner zu Bossen werden, man kann einstellen, dass sie dann nicht respawnen. Und ich denke, das ist eine sehr hilfreiche Einstellung. Denn respawnende Bossen sind im Enemy Randomizer immer extrem anstrengend. Wir werden die Seelen weiterhin noch sparen. Hauptsächlich war auch noch ein Shop kurz bevor es steht. Gott, der Blitzschmerz ist halt wirklich in Ordnung. Ich hab das Gefühl, Leute underraten den immer. Ich mein, ich hab ihn im No-Hit-Run für einen Kampf verwendet, aber... Der schmettert schon richtig rein. Mein Skill hat leider nicht ausgereicht. Aber du kannst an einem Gegner einfach vorbeilaufen. Dafür braucht man ja keinen Skill. So funktionieren die meisten Sterne in Dark Souls. Einfach durchlaufen. Denn wenn man schnell rennt, kommt einem eh keiner hinterher. Organhandel würde sich bei dem lohnen. Du meinst bei dem Kristallgolem? Was? Warum? Er hat keine Organe. Der ist nur ein Kristall, der im Leben eingehaucht wurde. Ist das Großschwert eine Sache? Meinst du eine gute Sache? Oder... Also insgesamt ist es definitiv eine Sache. Ich hab's gerade gefunden. Ist es eine gute Sache? Ich hab keine Ahnung. Ich hab nie wirklich damit gespielt. Ich weiß, dass unser alter Freund... Aha, fuck. Wie heißt denn der eine Summon, den man bei... äh, bei dem Eisengolem holen kann? Der hat einen Großschwert, glaube ich. Weißer Brock und Drachenstein. Ach, so eine Scheiße. Mit der Doppelmenschlichkeit war der Golem wohl schwanger. Ich meine, die kristallinen Körperteile in Resident Evil Village haben sich auch immer gelohnt. Ja, aber da lohnt sich ja der ganze Körper und nicht speziell nur die Organe. Tarkus, genau. Den meinte ich. Wie auch immer ich's geschafft habe, seinen Namen zu vergessen. So wurde unser Titanit-Dämon-Freund ersetzt. Ja, durch ne Ratte. Die krieg ich down. Seht ihr? Weiße Brocken! Gott, ich will so viele weiße Brocken, aber... Der Upgrade-Zweig, um überhaupt so weit zu kommen, dass man weiße Brocken einsetzen kann, ist ein bisschen nervig aufzutreiben. Oh, André. Ich seh schon, seit ich das letzte Mal, dass du wie Gwyndolin aussahst, dich gekillt hab, hast du ein bisschen beschlossen, dir Rüstung anzulegen. Okay. GG, First Try. Dankeschön. Der Tronix, 71 Monate. Resub, viel, viel lieben Dank. Seele Ritter. Komm, nehmen wir mit. Schlüssel. Artorias-Watten. Puh. Große Scherbe. Aber nur zwei Stück. Oh! Warte, ne, damit man durch... Äh, damit man durch Wasser laufen kann. Ich nehme ihn trotzdem mit. Ich seh's jetzt schon seit zwei Monaten an einem No-Death-Run. Ich bin irgendwie ultra schlecht oder was da los. Passieren immer irgendwelche random Dinge, die mich killen. Weil diese Bosse sind eigentlich alle leicht für mich. Ja, ich würde sagen, das größte Problem ist auf jeden Fall Bed of Chaos. Ah ja, ansonsten, es kann ein bisschen Schabernack passieren in Dark Souls. Mike? Ja, Artorias-Watten nehme ich jetzt nicht, wenn ich brauche es nicht wirklich. Hormod-Bound für 500 ist mir auch zu teuer. Nein! Zu schwer! Zu schwer! Ja, Bed of Chaos muss man eigentlich hauptsächlich... Für No-Death-Run muss man eigentlich schon lernen, wie man das mit den Brandbomben macht. Alles auf elf. Wir machen ein bisschen Kondition, ein bisschen Vitalität, ein bisschen Stärke. Dann läuft das schon alles. Hauptsächlich hoffe ich, dass ich jetzt die Sonnenrüstung tragen kann. Nein! Ist mir einfach nicht vergönnt. Kann ich jetzt Sanktos-Schild tragen? Nein, ebenfalls nicht vergönnt. Ah, mies. Mies, mies, mies. Habe ich? Ja gut, dann wird dem No-Death-Run früher oder später nichts mehr im Wege stehen. Streng genommen habe ich ja auch nie einen No-Death-Run in dem Spiel geschafft. Ich habe dann irgendwann einen No-Hit-Run gemacht, aber... Ich meine, er zählt als No-Death-Run effektiv. Au! 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 Was soll das denn? Das fand ich aber gar nicht nett von euch. Das fand ich überhaupt nicht nett. Jetzt der lustigste Raum im gesamten Randomizer. Naja. Der ist immer ein Highlight. Ha! Ich würde mir doch wünschen, dass wir kein Bone-Wheel hier gerade hätten. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Aber das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Äh... Drei Hits. Au! Nein! Äh... Gehen wir doch erstmal in den Wald. Gehen wir doch erstmal eine Runde in den Wald. Ich denke, das ist ein ganz guter Anfang. Ich meine, wir können auch ein bisschen... Wir können auch zur Burg von hier aus hin. Wir haben viele Wege. Hör auf, das ist eklig. Eklig ist das! Ich glaube, ich werde zuerst zu Taurus gehen. Die Sache ist nämlich, dass der Boss, welcher auch immer da sein wird, mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit in den Tod stürzt. Und das erleichtert mein Leben ungemein. Ja, ja, doch, doch. Wenn ich Glück habe, stirbt auch direkt auch ein Boss, wenn ich an dem See vorbeilaufe. Denn die Hydra ist üblicherweise über dem Wasser. Und die meisten Gegner, die nicht die Hydra sind, können nicht schwimmen. Habe ich recht, Boss da drüben, der nicht schwimmen kann? Wer ist denn da? Ich sehe niemanden. Ach, fucking Nito. Ne, 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 ne. Ne, 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 gar keine Lust drauf. Schwimmt die Hydra oder hat sie lange Beine? Äh, sie hat lange Beine, die glaube ich weit genug zu den ganzen Seiten rübergehen, damit sie nicht runterfällt. Nie dort den Freischwimmer. Ja. Hallo auch an dich, Hevel Hallo auch an dich Mein steinerner Freund Das war ein kräftiger Schlag mit der Keule Scheint, dass die Hydra hier nicht fliegen kann Ich glaube die Hydra da unten ist auch insgesamt stärker Blind Games HD, frischer Sub, wie viel lieben Dank Also die, die auch fliegen kann Au Sag mal, warum ist meine Verteidigung so unfassbar scheiße aktuell Ich meine, was? Was? Fucking fuck, er hat mich fast komplett gekillt Vielleicht sollte ich ein bisschen HP leveln, ehrlich gesagt Das sieht aktuell gar nicht gut aus für mich Gar nicht gut sieht das aus Ich glaube technisch gesehen fliegt die Hydra wirklich Wahrscheinlich Wäre jetzt nicht so unwahrscheinlich Ich werde mich mal da unten an Spawnfire setzen Damit ich nicht so einen weiten Weg lauf muss die ganze Zeit Müsst der Boss beim Moonlight Butterfly nicht auch einfach fallen? Nein In der Moonlight Butterfly Arena fallen die Bosse nicht runter Und glaubt mir, das habe ich lange mit dem 1000 Fuß Dermont versucht Beziehungsweise wenn die Bosse da rausfahren können Dann habe ich bisher noch keinen gesehen, der rausfällt Ist einfach nur ein Randomizer Generell eine extrem unangenehme Arena Außer wir haben das Glück Wie beim letzten Mal Als der Gwynn war Und Gwynn hatte sich einfach dazu entschlossen Sich nicht zu bewegen Und das ist aber ganz angenehm Aber ich würde mich nicht zu sehr darauf verlassen Dass das wieder passiert Heaven, mein Freund Ich bin zurück Und der Speer ist bereit gegen dich zu kämpfen Okay, ich dachte kurz Hebel hatte wieder super viel Poise Aber Nee, es war nur Hyper-Armor Weil er zugeschlagen hat Wächterseele Die gibt eine Menge Seelen Ist wie mit den Skeletten in Ocarina of Time Die dürfen einfach über den Abgrund laufen Das ist generell ein dummer Tempel in Ocarina of Time Beziehungsweise Es ist nicht der beste Tempel Ich meine, das Schiff sieht ein bisschen cool aus Aber ansonsten Nee, 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 nee So, ich würde sagen Wir werden mal eben den nächsten Boss in Angriff nehmen Oh, oh Das ist ein sehr unangenehmer Titanit-Lizard Wisst ihr das? Drachenstein, grüne Scherbe Ich finde so viele Drachensteine aktuell Ah, fucking Artorias Artorias ist aber gut Den kriege ich down Schon ganz andere besiegen Okay Wünscht mir Glück Arti Das hat nicht gut geklappt Au Ich weiß nicht, ich gehe jetzt erstmal nach oben Und dann überlege Er kann definitiv runterspringen Ist noch nicht so einfach Wie läuft der Rando? Nicht so gut Ich habe aktuell kein großes Glück Mit den Gegnern Alle Wäge sind bei dem Seed wohl belastend Nee, wir können doch die Burg an sich machen Da gibt es auch einige Schatztruhen Und noch einen Händler Das heißt, da steht uns auch noch alles mögliche offen Und Ich könnte auch hoch zu Sif gehen Denn Nito ist definitiv nicht schnell genug Um mich daran zu hindern Da hoch zu gehen Ich könnte auch generell Nito vielleicht bekämpfen Ich meine, er kann sich nicht wirklich zur Wehr setzen Aber Ich glaube, er braucht ziemlich lange mit dem Elektrosperr Deswegen sollte ich sie ja nicht machen Aber ich könnte Und ich wollte Ich will nur nicht So, dann schauen wir uns doch mal in der Burg um Weg Ach, komm schon Warum muss ich aktuell Nen fucking Bone Wheel Seed haben? Ich könnte es auch zurück ins Asylum und Capra 2 machen Na, dafür muss ich den Fahrstuhl erst frei machen Und der Weg war auch sehr belastend Ich könnte runter nach Blytown Wisst ihr was? Wir gehen jetzt runter Wir gehen runter nach Blytown Und Vielleicht wird der Weg da unten nicht ganz so belastend sein Ausnahmsweise Aber wahrscheinlich schon Weil Blytown immer spaßig ist Ich meine, hast du die anderen Bereiche gesehen? Oh ja Ich hatte den Ring, mit dem ich schnell durch Pumpe laufen kann Der wird mein Leben ungemein erleichtern Aber ja Bisher läuft das alles sehr durchwachsen Und wir haben auch noch nicht viele Key Items gefunden Heute, als ich aufgestanden bin Beziehungsweise in der Früh irgendwann Als ich kurz vom Einkaufen zurückgegangen bin Nachte ich mir Ja Ich glaube der Randomizer Jetzt wo ich weiß, wo die ganzen Truhen sind und sowas wieder Ich glaube der Randomizer wird gut laufen Wir könnten vielleicht damit rechnen Dass ich so in 3, 3,5 Stunden fertig sein werde Und Ich bin jetzt bei 45 Minuten Und wir haben noch nicht so viel geschafft Wir haben noch nicht so viel geschafft Aber wer weiß, was noch alles passieren wird Vielleicht bin ich auch irgendwann mal eine gute Waffe Die ich upgraden kann Was so unwahrscheinlich ist Weil bisher finden wir nicht wirklich Waffen Die Upgegradet werden können Ja gut Gerade kann auch einfach die spawnen Mal flink Schuhe anziehen Ne Wir werden Ich muss den Matsch zwischen den Zehen spüren Okay Schlüssel und Toten Asyl West Ich glaube damit kommt man zu dem Ironischerweise zu dem Ring Den ich aktuell dabei habe Oh Ne Ne hör doch auf Och ein fucking Schwein Weh du springst jetzt in den Tod Nein Ich werde jetzt erst mal unten mich an Spawnfire setzen Damit ich nicht mehr den dummen Weg darüber gehen muss Aber komm schon Das war doch unglücklich Da erinnert man sich schon Dass man eine Plunging Attack auf so ein Schwein machen kann Oder ist das trotzdem noch nicht genug für das Spiel Hast du diesmal auch ein Cheat Sheet Ja Ich habe dieses Mal spezifisch darauf geachtet Mir ein Cheat Sheet zu holen Aber gleichzeitig weiß ich jetzt auch Wo die ganzen Locations sind Also Ja Denke ich das wird auch so ganz okay laufen Außer die Gegner sind komplett fürchterlich Was aktuell Aktuell ist der Enemy Randomizer Anteil eher das Problem Außerdem von Sand 6, 5, 4, 12 Monate Ein Jahr Resub Wie wir lieben Dank Das Problem ist Ich habe das Gefühl Ein Blythorn wird auch noch ein super nerviger Boss warten Das gefällt mir nicht So wie der normale Ornstein wäre ganz gut Weil er eine Elektroschwäche hat Was gibt es sonst noch für Bosse mit Elektroschwäche Ich meine es gibt noch Gaping Dragon Ah den haben wir schon Ja shit Ich glaube das war es Es gibt nicht so viele Bosse mit einer Elektroschwäche Oh ja Taurus Dermon Ah Calamid hat nicht wirklich eine Elektroschwäche Generell sind die DLC Bosse sehr resistent gegen Er ist sehr resistent gegen die verschiedenen Schadensarten Ich meine es kann sein Das Calamid ein bisschen mehr Elektroschaden als Feuer nimmt oder so Aber Von der Schwäche kann man nicht wirklich reden Warum nicht Lore konform Ich meine er ist halt irgendwie von Von dem Abyss verändert worden und sowas Nicht warum drehst du dich in die fucking Richtung um Äh ich hab nicht den Speer von Ornstein Das was ich hier gerade hab ist der Speer den man in der Äh der Mimik in Sensfestung bekommt Unglaublich Was leuchtet hier überhaupt Das macht mir ein bisschen Angst Ich hab rausgequittet Ich wollte den Weg nicht nochmal laufen wegen der Scheiße Was hat er sich auf einmal nach links umgedreht Was soll das denn Es gab absolut keinen Grund das zu tun Gelblicher Übermantel Schwert des Drachentöters Ich hab auch nichts ums abzugraden Und auch nicht die Stats Will ich mit dem Black Knight Greatsword spielen Eigentlich find ich das echt scheiße Ja mal schauen Wenn wir ein bisschen Material finden ums abzugraden Kann ich drüber nachdenken Bis es soweit ist Werden wir es einfach mal ignorieren Der Übermantel ist auch noch bauchfrei Gibt coolere Waffen Ja ich bin auch nicht der größte Fan davon Ich mag das normale Schwarzritterschwert Oh nein 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 Du bringst mich jetzt nicht um Nein Nein Wo kommt der überhaupt her Warum sind die überall so fucking anstrengende Gegner Wollt ihr mich verarschen Warum sind die über Late Game Gegner Das kann nicht euer fucking ernst sein Ich mein wir haben noch eine Schatztruhe mitgenommen Das war also nicht alles umsonst Hat nicht Smough die Elektroschwäche Ornstein verwendet Blitze Habe ich nicht Smough gesagt Ich meinte Smough auf jeden Fall Ah ja Ornstein hat eine Resistenz gegen Elektro Und in Phase 2 haben sie dann beide eine Resistenz gegen Elektroschaden Ich glaube Blythorn war nicht die beste Idee Nein nein ist schon okay Wird alles randomized Also Gegner und Items halt Alles könnte jetzt so einiges bedeuten Das ist der letzte Versuch runter nach Blythorn zu gehen Okay Wenn es wieder scheitert Dann sehe ich es ein und gehe woanders hin Aber Ich glaube es wird nicht scheitern Ich mein ich hab den Ring mit dem ich schnell durch die Pampe laufen kann Das kann doch nicht schief gehen Das kann doch nicht einfach so schief gehen Das kann doch nicht so weiter gehen Wahrscheinlich wäre es auch sinnvoller Wenn ich mich hier ins andere Bonfire setzen würde Aber ich weigere mich Ich weigere mich einfach Und niemand kann was machen Wenn ich mich einfach weigere Mir fällt gerade auf Dass Blau und Gelb echt keine schöne Farbkombination ist Oder? Mag ich Blau und Gelb als Farbkombination? Ich glaub nicht Zeigt es den Schweden Verstehen mich eh nicht Schon okay Au 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 liamo Au 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 Schütze. Ach du Scheiß, warum sind hier so starke Gegner überall? Außer im Space of Games, 28 Monate Resub, kann auch nicht, wie ich die angemerkt habe. Vielen, vielen lieben Dank. Hallo, Schatztruhe. Golem-Axt. Robe des großen Fürsten. Habe ich nicht eine Menge Dämonen-Titanit? Nee. Okay. Vielleicht ist doch noch nicht die Zeit für die Golem-Axt. Ich meine, ich konnte auf jeden Fall einen Dämonen-Titanit bei André kaufen. Das ist besser als nichts. Standard-Bolzen. Weg, du Standard. Au! Nö, 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 nö. Wole Max ist cool? Brauchst du da Reparaturpulver? Nicht unbedingt. Mit jedem Upgrade, das man macht, wird die Waffe auch wieder komplett repariert, aber... Wahrscheinlich. Wahrscheinlich will man es damit eher haben. So, ich nehme noch ein paar Items mit. Ich bekomme sehr viele kleine Roben aktuell. Nein! Seit wann steht, äh, die Inhalte von Mythos of Gaming sind nur an folgenden, bestimmte Zielgruppen gerichtet. Könnt darin vorkommen, Spiel für Erwachsene. Weil Dark Souls aus irgendwelchen Gründen als, äh, Spiel für Erwachsene zählt. Scheint wohl irgendwo aus irgendwelchen Gründen eine 18er-Wertung zu haben. Ich verstehe beim besten Willen nicht warum, aber das ist okay. Äh, also wirklich, ich weiß nicht, wer... Was genau eine 18er-Wertung rechtfertigen würde in dem Spiel. Ah, das ist okay. Außer im Star Pigeon. 45 Monate Resub. Wie viel lieben Dank. Ist einfach zu dark. Ja, wahrscheinlich. Und auch viel zu schwer. Ist einfach so ein unnormal schweres Spiel. Muss gar nicht das Bäum in Blyton wachsen. Heutzutage nicht mehr, aber... Der steht ja schon länger. Oh mein Gott, hier sind überall die gleich nervigen fucking Gegner. Okay. Dann wünscht mir mal Glück. Der hat eine Elektro-Schwäche. Aber er hat generell sehr viel HP, also... Könnte das nervig werden. Praktisch, dass die Höhle gerade so hoch genug für dich ist. Wünschte, ich werde nicht vergiftet. Oh, oh. Ja, das... Das wird ein bisschen dauern. Aber es sollte machbar sein. Au! Ich will nicht die Exkursion schon wieder. Hör doch auf. Hör doch auf jetzt. Fuck! Warum bin ich da rüber gegangen? Äh... Gartenverein, nennen sie mich den Schuppenlosen. Oh nein. Wo ist der Schuppen hin? So, wisst ihr was? Wir werden die... Die Milde Hilde killen. Die Milde Hilde. Die Milde Wild rett ganz recht. Und dann nicht das Dumme Skelett. Dich suche ich hier nicht. Milde Redt. Warum werde ich nicht invaded? Ah ja, in meiner Forschung habe ich herausbekommen, dass Dr. Eggman Dr. Eggman ist. Was soll das überhaupt bedeuten? Soll das lustig sein? Au! Bekämpfe in der Arena hinten, Milde Redt. Ich hoffe mal, dass sie mir noch hinterher... Ja. Sie läuft mir noch hinterher. Man kann ein paar sneaky Schläge landen, wenn sie die Leiter runter geht, denn... Sie geht... Sie nimmt immer die Leiter. Was ein bisschen unglücklich gewählt ist von ihrer Seite aus, muss man sagen. Ritter Seele. Sonic Adventure 1 abkommt so rüber, als wäre das Eggman von Sonic einfach nur Disrespect. Ist es ja auch. Er heißt Robotnik. Äh... Können wir auch ein bisschen HP. Wenn wir von Sonic Adventure 2 reden... Wo es ein bisschen in die Vergangenheit von Dr. Eggman geht und seine Familie. Genau zu sein, sein Onkel oder wer auch immer das war, der die Space Station gemacht hat. Ich glaube, er heißt Dr. Jared Robotnik. Er heißt nicht Eggman. Der heißt ganz offensichtlich Robotnik. Sonic ist doch auch nur ein Mensch. Ne, er ist ein Igel. Im Comic zumindest oder so. Ne, ich bin mir relativ sicher, dass Eggman der richtige... Äh, Robotnik der richtige Name ist. Er heißt Ivo Robotnik. Natürlich. Aber ja, er ist nicht wirklich Eggman. Ich könnte die milde Wildred holen, aber das würde nicht gut ausgehen. Gehen wir einfach rein. Und hoffen, dass es dieses Mal besser läuft. Schlägt er aktuell mit seinen Fäusten gar nicht zu. Was ein bisschen Merkliges, weil... Eigentlich ist es immer am besten, wenn er das macht. Das kostet nämlich am meisten Zeit. Oh, oh. Oh, oh. Erinnert euch noch an den letzten... Äh, äh, an den letzten Randomizer Run. Wo ich davon erzählt habe, dass ich mir nicht irgendwelche komischen Lebensgeschichten, Sachen von... Was weiß ich im Namen, Hideaki, äh, Anno, äh, anschauen werde. Der Typ, der Evangelion gemacht hat. Weil ich das eigentlich ein bisschen dumm finde. Äh, ich habe im Video meinen Vorschlägen. Es war irgendwie so eine 3-Stunden-Zusammenfassung von seinem Leben. Ich dachte mir, äh, was soll's. Und ich, äh, ich bin ganz froh, dass ich das angeschaut habe. Denn ich habe herausgefunden, dass sehr große Teile von, äh, Evangelion hauptsächlich dazu da sind, ein bisschen, äh, Disres... Ein bisschen Disrespect für die Otaku-Community zu sein. Ich denke, das kann ich sehr respektieren. Also natürlich generell, ich frage auch fest, was das Merchandising der Reihe angeht, aber wie auch immer. Oh, oh. Eventuell sterbe ich. Ich habe das auch vorgeschlagen bekommen, habe es mir nicht angeschaut, weil ich, äh, weil ich vermutlich eh schon viel davon weiß. Ja, das Video hieß das, äh, Hideaki, äh, Anno-Problem. Aber ich habe bis zum Ende nicht ganz verstanden, was das Problem war. Ich, ich, ich weiß nicht, ob es wirklich ein Problem gab, aber... War auf jeden Fall eine Zusammenfassung von seinem Leben. Ich habe ein bisschen was über die Geschichte von Gaimax gelernt. Wusste nicht, dass er sehr viel mit, äh, Studio Ghibli und Miyazaki zusammengearbeitet hat. Und dass, äh, Miyazaki quasi sein Mentor war. Soll ich das Geld bringen und die Otakus ist weiterkaufen. Ja, ich, äh, ja, ich habe mir, ähm, ich, ich habe mir nachdem, äh, nachdem das, äh, natürlich das Video gesehen hat, dachte ich mir, oh ja, Evangelion war ganz cool. Ich habe nochmal nachgeschaut und es gibt auf der PS2, kam nur in Japan raus, einen Smash Bros Klon von, au, äh, Evangelion. Und, ähm, den habe ich mir geholt, weil darüber will ich ein Video machen, weil er absolut fürchterlich aussieht. Denn diese, die fucking Engel sind nicht dazu gemacht, in einem Fighting-Spiel gegeneinander zu kämpfen. Einer fällt einfach nur von der Erdumlaufbahn auf die Erde und explodiert. Wie willst du den zu dem Kämpfer machen, in dem 2D-Fighter? Und natürlich, äh, der Kristalltyp, das Name ich vergessen habe. Der ist natürlich auch als Kämpfer vertreten. Das sieht ziemlich cool aus hier unten. Er ist natürlich auch ein sehr wichtiger Kämpfer in meinem Smash Bros Klon. Und dann kennst du den Attack-Pattern, wirkt sehr random. Also einmal kann man an ihn ranlaufen, dann macht er einen Angriff vor, er einen nicht erwischt, wenn man direkt vor ihm steht. Im Idealfall und dann, nachdem er den einen Angriff gemacht hat, rennt man weg. Dann macht er nämlich einen, der einen, äh, trifft, wenn man direkt an ihm steht. Na, das war es nicht wert. Aber ja, sowieso kann man ihn dann relativ safe machen. Er hat auch mit seinen Projekten da ordentlich rein georgelt. Es gibt etwas, nennt sich der Gainax-Jiggle oder auch, äh, Gainaxing, was Szenen mit viel zu vielen, äh, Frames sind, in denen Brüste-Jig und seine Projekte haben, die entabiert und zu einem Industriestandard gemacht. Du sagst das so, als ob das was Schlechtes wäre, Fully. Äh, ich habe ein Artbook von, äh, NGE und es ist erstaunlich, mit was für, ähm, Produkten die Werbung gemacht haben. Es gibt quasi kein Produkt, für das sie nicht geworben haben. Ja, das ist fucking seltsam. Frauenbrüste! Oh, hallo. Pinwheel kann laufen. Pinwheel hat eine Laufanimation. Absolut wilde Sache. Du bist mir im Weg. Ich dachte kurz, dass ich ihn nicht einfach so angreifen kann, weil er Pinwheel ist, aber dann dachte ich mir, war der Pinwheel nicht am Elektrosper, da reich ich doch vollkommen aus. Ich sag nur, er hat definitiv in diese ganze Otaku-Kultur reingespielt. Auch, dass viele Dameses aus Evangelion heute beliebte, äh, Archetypes sind, ist auf ihn zurückzuführen. Zumindest hat er stark popularisiert. Ja, ja, auf jeden Fall. Aber, gleichzeitig, äh, war der ganze Sinn hinter vielem Zeug davon Kritik an dem ganzen üblichen Zeug. Aber sollen die Gegner hier nicht respawnen? Wir machen ein bisschen Stärke. Stärke ist immer gut. Ja, ich, äh, spiele Enemy und Item Randomizer. Versuchen die Gegner mit T-Pose in Dominanz auszudrücken. Äh, hat's geklappt. Ja, den Boss kann man von hier aus noch nicht sehen. Mit der Kritik hat er das ziemliche Gegenteil erreicht, wie es aussieht. Ja, eben. Meist Leute haben eh nicht zu sehr drüber nachgedacht. Keine Ahnung. Ich hab das Gefühl, die Tatsache, dass, wie viel das Ganze vermarktet wurde, war sowieso alles relativ ein verlorener Kampf gewesen. Deine ganze, äh, Kritik an diesem, äh, Lifestyle ergibt, äh, funktioniert nicht zu gut, wenn von der Marke es mehr Produkte gibt, als von allem anderen. Was ich generell immer super komisch finde, weil, ich mein, so oder so, wenn man, wenn man, wenn man das gesehen hat, denkt man, ist das, ist das auch eine Sache, die im kompletten Widerspruch mit dem Ganzen steht. Das ganze Merchandising, Merchandising, aber wie auch immer. Hey, der hat keine Elektro-Schwäche. Den krieg ich aber down. Würde ein bisschen dauern, aber das schaffe ich. Kannst rein hypothetisch nur von, äh, Evangelium-Merchandising leben. Es gibt, glaube ich, irgendein Video darüber. Das hab ich nicht gesehen, deswegen verstehe ich das nicht. Tu's doch schon. Nein, Fully, äh, hat Evangelium nur gesehen, als er 18 oder so war und er mocht es nicht. Ich denke immer noch, dass er es damals nicht richtig verstanden hat, aber das ist okay. Gibt's nie bei Evangelium-Krankenhaus. Es gibt Kreditkarten. Hier hat nichts gegen die gute Eber-Kreditkarte. Meine ist einfach nur schwarz. Da ist ein fucking Mastercard-Logo drauf. Erstmal die Astro-Kreditkarte beim Dead drücken. Ich glaube, es gab nur eine von ihrem Eber. Aber ich, ich glaube, wenn, wenn sie vertraut ist damit, ist das kein gutes Zeichen. Wenn jemand, äh, irgendwelches Astro-Kart-Zeug dann... Nein! ...hervorzieht. Ich glaube, es könnte gewisse Dinge implizieren. Ja, mies. Lass mich das gleich nochmal machen. Zeigt, dass er Geld für Merch hat, reicher Mann also. Nein, die Kreditkarte ist nicht direkt Merch. Du kannst halt einfach für eine kurze Zeit so ein... äh, ein Muster halt aussuchen. Ich meine, ich, ich glaube nicht, dass man Kreditkarten als Merchandise bringen kann. Ich weiß nicht. Ich, ich habe einfach mal das Gefühl, dass man nicht einfach Kreditkarten verkaufen kann. Schnell Suche hat ergeben. Es gab Kreditkarte von Eva01, äh... äh, Rei und, äh, Asuka. Okay. Natürlich gab es keine mit Gendo. Ich habe überlegt, wie ich meinen, äh, Discord-Avatar zu, äh, Shinjis Vater ändern sollte. Aber dann dachte ich mir, nee, ich will, ich will keinen Anime-Avatar haben. Ich habe das Gefühl, der hätte, er wäre auch eine sehr, eine sehr starke Wahl, ähnlich wie David. Aber ich habe mich dagegen entschieden. Aber, ich denke immer noch, dass es eine gute Idee wäre. Der infiziert sich Mogi mit jemandem, der Haare hat. Nee. Wenn live es David ein Anime bekommt. Ah, ich glaube nicht, dass sie jemals wirklich mit, äh, dem Charakter von David was Gutes machen werden. Wurde einfach nur als ein schlechter Typ abgestemmt, obwohl er der einzige, der einzig gute Charakter war. Er war ein bisschen verschroben. Ja, aber, er hat den Tag gerettet. Und dagegen kann niemand was sagen. Es wäre ein Evangelion-Anime zu schauen. Ich bin eigentlich kein großer Mech-Fan, wenn es da erschreckt, es mich etwas ab. Also, 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 streng genommen, also, es sind ja keine Mechs. Generell, ich meine, dürfte wahrscheinlich so der, generell, beliebteste Anime sein, den es gibt, es hat nur 26 Folgen, dementsprechend. Ja, ich würde sagen, man kann, man kann durch was reinschauen. Oh Gott. Monster, wenn man so wenig Schaden macht, ist es auch so ein Kampf, bei dem man darauf aufpassen muss, nicht vor Langeweile einzuschlagen. Ich sterbe, weil ich zwischendrin einfach nur den Chat lese, weil es dauert so lange, bis er mal wie ein Opening gibt. Aber jetzt, jetzt werde ich ihn machen, nein, das ist die gefährliche Angriff. Hey. Ich kann mich aber runterfallen, Kampf. Habe ich in den letzten 10 Minuten viel verpasst. Aber ich habe gegen Sieve gekämpft und jetzt gegen Ornstein und mehr als in den 10 Minuten davor, wo ich nur nach Bleitern runtergegangen bin, aber nicht zu viel, denke ich. Vielleicht wäre er gerade runtergefallen. Wir haben ihn. Ich bin großer Merch-Fan. Es geht nicht um Merch, es geht um Mac. 20.000 Seelen, grüne Scherbe. Ich kenne generell keine Mac-Show, die nicht irgendwas anderes hat neben den Macs. Die sind meistens nur reaktifokussiert und politisch. Ich kenne generell keine Mac-Shows, also... Friedenswurst, 71 Monate. Resub. Wie viel lieben Dank. Dementsprechend hier. Was steht jetzt an? Ich denke, ich gehe wieder nach oben. Generell bin ich dabei gescheitert, eine gute Waffe zu finden. Ich könnte als nächstes Mal versuchen, den guten alten Moonlight-Butterfly zu machen. Und dann... Ja, mal schauen. Aktuell ist halt wirklich das Hauptproblem, dass ich keine gute Waffe habe. Irgendwo müsste ich eine herbekommen. Aber ich weiß nicht, wo. Wenn da unten liegen noch Items, aber ich habe jetzt auch keine Lust, da runter zu gehen. Wenn ich ganz jetzt zu den Gargis... Ja... Fucking Gargoyles. Wir machen noch ein bisschen Dex. Ich bin vorbereitet, wenn ich mal eine gute Waffe finde. Ist ja Blitzspeare nicht gut genug. Er hat sozusagen die Macht von Gwyn. Er hat absolut in keiner nur erdenklichen Hinsicht die Macht von Gwyn. Das ist einfach nur ein Blitzspeare. Ich glaube, der eine... Shit, wie heißt der? Das heißt doch nicht Blitzspeare, oder? Das heißt doch irgendwie anders. Aber ja, ich werde wahrscheinlich als nächstes mal zu dem Moonlight Butterfly rüberschauen und dann mal zu den Gargoyles. Klingt nur wie eine Ausrede. Ein bisschen. Ich habe halt auch echt nur miese Upgrade-Materialien für meine Waffe gefunden. Geheiligtes Sonnenlicht-Sperr. Das ist hier ein bisschen zu dick aufgetragen. Außer von der Ki, ja. 37 Monate. Resub. Wie, wie lieben Dank. Geheiligtes Sonnenlicht ist schon ein bisschen... Da spielt man sich ein bisschen zu sehr auf, wenn man sowas von sich gibt. Ich weiß nicht, ob die Feuerhüterseele als Ki-Item gilt, aber ich denke, ich werde sie einfach mal mitnehmen, wenn ich schon mal hier bin. Aber ich glaube, sie zählt nicht. Wir nehmen sie trotzdem mit. Zählt nicht als Ki-Item? Okay. Dann nehmen wir es nicht mit. Denkst du, schaffst du diesmal in einem Stream? An sich würde ich gerne ja sagen. Das Problem ist aber aktuell, dass ich wirklich keine gute Waffe habe. Ich finde auch keine und dementsprechend ist das Ganze ein bisschen verzwickt. Kannst du Attack on Titan als nächstes Mainstream-Anime schauen? Ich könnte bestimmt, aber... Ich habe es jetzt nicht wirklich vor. Womit die Scheiße, nicht auch hunderte Folgen? eine verzwickte Zwiebel. Gott. Slime Rancher 2. Ich glaube, das war mein enttäuschendstes Spiel letztes Jahr. Es war ja so eine Scheiße. Gut, das Doppelte von Evangelion. Es hat noch die Rebuild-Filme. 100 Folgen und 2 Filme. Ja, das Doppelte ist das Vierfache-Fulli. Evangelion hat nur 26 Folgen. Und die Rebuild-Filme. Im Baum sind doch auch noch super viele Items und zwei Kisten. Ja, ich hätte die zwei Kisten mitnehmen sollen. Nehmen wir die zwei Kisten mit. Gibt keinen Grund, das nicht zu machen. Den Baum will ich noch nicht runtergehen, weil ich mich noch nicht warpen kann. Aber die zwei Kisten sind natürlich ein starkes Argument. 26 Folgen, zwei Filme und dann noch Rebuild. Ein Film. Ich meine, es gibt noch diese eine Zusammenfassung der Serie als Film. Die habe ich nicht geschaut. Ich habe die Serie und End of Eva angeschaut. Denn ne, keine Ahnung. Ich gehe mal nicht wirklich nötig zu sein, die Zusammenfassung anzuschauen, wenn ich gerade die 26 Folgen davor gesehen habe. Tag on Titan hat wohl 88 Folgen, was ja immer noch zu viel klingt. Das ist schon einiges. Es gibt wenig Gründe, Rebirth ohne End of Evangelion anzusehen. Rebirth war die Zusammenfassung, oder? Shit, das war, ich dachte, hier wäre noch eine zweite Kiste. Mies. True Death 2, glaube ich, war der beste Film. Schön nochmal eine Zusammenfassung gönnen. Der beste Film? Die erste Hälfte von End of Evangelion kam davor noch als eigener Film raus. Ich glaube, das bin ich mal anders bei manchen Szenen. Ja, das glaube ich, aber, mir interessiert es. Der beste Film, würdest du sagen, ist eine fucking Zusammenfassung? Ich habe die Zusammenfassung nicht gesehen, aber... Nee. Ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht. Ich habe das Gefühl, wenn nicht ein riesiger Ayanami-Kopf irgendwo zu sehen ist, dann wofür überhaupt die Mühe? Wofür überhaupt als den besten Film bezeichnen? Ich habe letzten JoJo's geschaut und es waren auch bestimmt 100 plus Folgen ein Hoch auf die anwesenheitsfreie Zeit. Was ist die anwesenheitsfreie Zeit? Der erste Rebuild-Film war technisch nur eine Zusammenfassung bis zum Würfelengel. Ja, den habe ich auch gesehen, ich weiß und... Ich meine, es war ein bisschen anders. Man hat ein bisschen mehr von Lilith erfahren. Ich weiß nicht, ob ich das komisch ausgesprochen habe. Rebuild-Filme waren generell seltsam. Ich weiß nicht ganz, wie ich dazu stehe. Die einzelnen Folgen muss man natürlich noch als Directors Cut Version erneut ansehen. Das Ende von dem normalen Anime fand ich zuerst super scheiße. Ich dachte mir, was soll das? Ich meine, wie jeder, denn es waren noch einige Fragen offen. Es waren immer noch einige Fragen offen nach jedem Ende. Aber vor allem nach dem ersten Fahrzeug, äh, nach dem ersten Ende dachte ich mir, das ist ein bisschen scheiße. Aber, wenn man dann weiter das Zeug geschaut hat, dann fällt einem auf, wie viel man über die einzelnen Charaktere und ihre Motive erfahren hat. Dann dachte ich mir, oh ja, vielleicht war es doch nicht so übel. Vielleicht war es doch relativ sinnvoll. Später meine bessere Hälfte will Dinge tun. Ich hoffe, es geht dabei um den Dark Souls Randomizer. Habe ich recht, High Five? Nein, ich sollte den Controller nicht so halb halten, fast in der Abgrund laufen. Ich habe mich neulich dazu durchgehoben, den Letz zu gucken. Was zum Fick war das überhaupt? Oh ja, oh ja. Der, der Film war, ja, 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 das Anti-Universum. Das Anti-Universum. Anwesenheitsfreie Zeit ist bei uns gerade in der Ausbildung slash Studium, wenn wir unsere Prüfung etc. geschrieben haben und dann warten, bis wir die jeweiligen Zeugnisse bekommen und zu Hause bleiben können. Oh shit, wie lange, wie lange hat man dann die Freizeit auf den Nacken von der Schule? Beim Abi hatte ich ewig Zeit. Drei, drei Monate, was macht man überhaupt in drei Monaten? Freizeit, was? One-Piece grinden, siehst du doch. Damals gab es doch gar nicht genug One-Piece, um drei Monate zu füllen. Kannst du wohl glauben, dass ich anfing, mehr zu streamen. War das zu der Zeit, als du das Abi gemacht hast? Oh ja, warte, es gab ein paar, es gab ein paar wilde Geschichten von ein paar Klasskameraden von damals. Stimmt. Im letzten Film einfach den 3D-Kopf über das alte End of Evangelion Material gelegt. Ich meine, der letzte Film war auf jeden Fall interessant. Ich muss ihn, ich muss, ich habe das Gefühl, ich muss die Rebuild-Filme irgendwann mal nochmal schauen, um zu verstehen, was überhaupt passiert. Wird nach den Prüfungen, glaube ich, ungefähr zwei Monate und dann kommen noch die klassischen Sommerferien mit sechs Wochen. Ich weiß auch nicht, was ich in der Zeit mit mir anstellen soll. Das ist halt viel zu lange. Habe gerade auch drei Monate nicht zu tun, langsam wird es langweilig, das glaube ich. Der dritte Rebuild-Film war so schrecklich. Welcher ist für dich der dritte? Es gibt nämlich, es waren noch vier. Glaube ich. Und meinst du den neuesten? Warte, waren es vier? Ne, oder waren es drei? Shit, wie viel waren das denn? Das bin ich, ich weiß nicht mehr. Es gab ja 3.33 und dann der letzte war 3.0 plus 3, äh, 1.0. Nicht den neuesten habe ich noch nicht gesehen. Oh ja, der von davor, ja, der war, oh, oh, ja, ja, ja. Gott, das dumme Bone Wheel. Ja, der dritte Film war aber auch, hm, hm. Er hatte, er hatte Stellen, die ich mochte und er hatte Stellen, die ich nicht mochte. Meines Problem ist, dass, warte, wo war ich gerade? Da wollte ich hingehen. Das Problem ist, ich habe mich sehr, ich habe mich sehr über die, ähm, das war glaube ich im zweiten Film, die Stellen gefreut, wo sie alle ein bisschen glücklich waren. Also es nur zu einer Slice of Life Scheiße wurde. Ich dachte mir, ja, das haben sie sich verdient. Freut mich. Jetzt muss es nur immer so weiter gehen. Gehen wir etwa ins Aquarium. Und dann ist alles gut ausgegangen. Ende. Ich weiß nicht, was der vierte Impact sein soll. Ich würde mir wünschen, dass du aufhörst, darüber zu reden. Wenn du jetzt nicht die unterschiedlichsten Varianten zwischen 1.0 und 1.11 und so weiter zählst. Inwiefern Varianten, das sind halt vier Filme, die haben nur dumme Namen. War der dritte Film nicht der, wo die Bande im Dorf und teilweise gearbeitet haben? Ja. Oh, das... Oh, das fucking Door. Oh nein. Nein, 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 nein. Oh nein. Das war nicht schön. Ich meine, es war ein bisschen, aber dann... Oh nein. Oh nein. War das nicht der vierte? Ich weiß nicht. Ich habe die alle... Also ich habe so ziemlich... Fast alle am gleichen Tag gesehen. Deswegen fließen die ein bisschen... Die gehen ein bisschen ineinander übern, meine Änderung. Musst du wissen. Aber ich glaube, im vierten war doch hauptsächlich Action angesagt. Und... Verwirrendes Zeug. Ich glaube nicht, dass sie im vierten Film noch die ruhigen Stellen hatten. Wenn mich gerade nicht alles täuscht. Schlangerich. So sehen wir uns wieder. Der müsste auch eine Elektroschwäche haben. Es gibt wirklich sowohl eine 1.0 und 1.1 Variante. Die sind wohl etwas anders. Nein, 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 nein. Fully, fully, fully. 1.11 ist der erste Film. Und 1.0, also 3.0 und 1.0 ist der vierte Film. Ich weiß jetzt nicht, was die einzelne 1.0 Variante sein soll. Doch, doch, im vierten tauchen die Klassenkameraden wieder auf. Okay, im vierten war das im Dorf. Okay. Das mochte ich auf jeden Fall nicht. Ich meine, ich mochte es, aber dann mochte ich es nicht mehr. Doch, doch, das war im letzten Film. Nein, ich überlege, mir fällt gerade wieder auf, doch, das ist mit, äh... Das gehört alles mit... Oh mein fucking Gott, kannst du weggehen? Das gehört alles mit Ayanamis Ende zusammen. Meinung zum Stachelschwein, Dilemma. Stachelschwein, Dilemma war ein bisschen, äh... Es war eine, war ein bisschen eine Kringelphilosophie, aber das ist okay. Fucking Stachelschwein, Dilemma. Je näher man sich kommt, desto mehr tut man den anderen weh. Man kann nicht, ob es wirklich eine Sache ist, weil er auch nur irgendwie so ein Buch über Psychologie bekommen hat, bevor er Evangelien geschrieben hat und sowas. Aber, nee, fand ich ein bisschen ulkig. Das Stachelschwein, Dilemma fand ich ein bisschen ulkig. Ich mag das Eagle, Dilemma lieber. Ist das anders als das Stachelschwein, Dilemma? Es gibt eine 1.0-Variante. 1.0 war die Kino-Variante und die Heim-Release-Variante hieß 1.11. Da sind wohl auch hier ein paar Unterschiede vorhanden. 1.11 ist nämlich so eine Art Extended Edition. Oh, verstehe. Ich stelle mir gerade vor, wie aufregend es sein muss, 1.0 zu sehen, wenn es einfach eine Version ist, die noch weniger neue Inhalte hallo hat. Ich glaube, ich habe meine Waffe gefunden für den Run. Noch weniger neue Inhalte als 1.11. Das wäre das fucking Leben. Das ist eine Sache vom Philosophen Arthur Schopenhauer. Stammt das Dilemma. Ziemlich krasser Typ unter krasse Werke. Okay. Sie haben es auf jeden Fall nicht gut rübergebracht in Evangelion. Das kann ich euch versprechen. Au. Wer ist denn da? Komm mal weg. Skelett-Kollege. Weißer Brocken. Warum finde ich überall weiße Brocken? Ich kann nichts upgraden mit dem weißen Brocken. Anwesenschlüssel? Ich habe ja auch nichts. Ist das der... Oh, fuck. Ne, scheint kein zu übler Gegner zu sein. Alles gut. Wir werden ein bisschen durch Wände springen. Der Rabe kommt nicht rüber. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ich dachte, sie kann nicht durch die Tür. Ich lag fallen. Aber immerhin kein Poise. Oh Gott. Käsig. Ne, ne, ne. Das war ein Shit-Gegner. Der wäre so oder so nach drei Schlägen gestorben. Ich mag es überhaupt nicht, dass wir so viele von diesen... Äh, von diesen Raben hier gerade haben. Dass wir so viele von den Raben haben. Geh weg. Kennst du... Hast du nicht von dem Stachelschwein-Dilemma gehört? Ich tue dir weh, wenn du mir zu nahe kommst. Angst vor Vögeln? Ja, da kann ich nicht mal fliegen. Das geht dann auch nicht ein bisschen an die Gebietige Skates hin. Finde ich etwas nervig. Kann man aber einstellen. Kannst einstellen, dass es ein faires Scaling gibt, aber... Komm schon. Wir wollen doch den Randomizer. Und nicht den Einfach-Mizer. Einige Randomizer scheint aber immer so ein paar gewisse Gegner zu haben, die super oft auftauchen. Und in dem Fall sind Bonewheels Teil davon, was ein bisschen nervig ist. Ritterseele für 500 nehmen wir mit. Für 300 nehmen wir auch mit. Für 17.000 nehme ich die nicht mit. Abgrundgrosschwert. Panzerbrecher, schwere Armbrust. Machen wir nicht deine komischen Schlangengeräusche hier? Wie viel Funke Titanit braucht man, um eine Waffe auf plus 5 zu bringen? Waren es 10 oder 12? Ich nehme einfach 12 mit. Besser zu viel als zu wenig. 4.500 Seelen. Ich glaube, das war dann soweit alles, was ich von hier haben will. Ja. Gehen wir zu André und leveln die schwarze und der helle Barde auf plus 5. Und dann wird der Randomizer mal ein bisschen den Zahn zulegen. Eventuell werde ich eine Midroll haben erstmal, aber das ist okay. Ich denke, wenn ich den Damage Output der schwarze der helle Barde habe, werde ich das verkraften können. Außer von Simbojack, 17 Monate, resub. Wie viel lieben Dank. Keine Ahnung, ich das angemerkt habe. Oh, jetzt geht es langsam aufwärts und ich bin gerade mal eineinhalb Stunden dabei. Ja, Folie, was schreibt ihr in der TTT-Gruppe? Ich sehe mich gerade, dass da 15 Nachrichten sind. Was ist da los? Hat Riki wieder die Premiere-Scheiße gebaut? Wie kann er eine andere Rüstung anziehen? Was haben wir doch? Mondlicht-Robe? Oh, sogar kleine Flügel. Prachtvoll. Absolut prachtvoll. Bei einem Randomizer eigentlich die Gegner einfach rumplatziert, so dass die Anzahl der Gegner gleich im Original spielst? Nein. Man kann auch mehrfach die gleichen Bosse treffen und sowas. Premiere macht mich einfach nur noch traurig. Warum? Was ist da los? Du bist hier gerade beim Premiere-Tag-Support. Wie kann ich dir helfen? Johnny will Montag aufnehmen und Hockey will Videos schneiden und ich meinte, es ist nicht brennend notwendig, weil wir für eine Woche Folge haben. Ich will auch nicht am Montag aufnehmen. Montag ist auch mein freier Tag dementsprechend. Ist ein bisschen kompliziert, weil Johnnys freier Tag nicht der Montag ist, zwangsweise. Das heißt, für ihn ist immer so, ja komm, machen wir Montag, machen wir Montag nochmal. Für Fuli und mich ist der Montag der freie Tag. Das ist doch ein bisschen nervig. Es waren zehn. Schmeiß den alten Schiefsinger raus. Beim letzten Mal konnte er nicht viel. Weil er nicht zu Hause war. Es wäre auch mal schön, wenn die Katzengegner aus dem Garten mal mehr Beachtung vom Randomizer bekommen würden. Ich meine, man sieht sie öfter als im Originalspiel. Nämlich generell überhaupt mal. Das wird auch ein Abenteuer, die Stats für die schwarze Teile Bade zusammenzubekommen. Weiß nicht, wie es bei euch ist, aber Premiere läuft bei mir nur noch VR, sprecht die Spiele dauernd ab, Rendering bricht ab und Premiere hat meine Mutter beleidigt. Nee, bei mir eigentlich nichts derartiges. Aber ja, das klingt nervig. Was brauche ich in meinen Stats für die schwarze Teile Bade? 18 Decks. Fahre ich hier nicht mal 18 Decks zusammen? Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ich bin ja nicht mal fast bereit. Aber okay. Ich würde sagen, als nächstes werde ich dann versuchen ins Asylum zurückzugehen. Mit dem guten Asylum können wir dann Capra nochmal killen. Und dieses Mal mache ich mir keine Sorge um ihn. Ich glaube, Capra Demon müsste auch eine Elektro-Schwäche haben. Jetzt muss ich noch den Boneville-Kollegen loswerden. Ich werde einfach durchrennen. Ich habe keine Lust. Ich habe keine Lust. Lasst mich in Ruhe. Ihr seid nervig. Nö. Ja, wir gehen einfach runter. Wir gehen diesen Weg dann zu den Gargoyles hin. Wir gehen schön über den Fahrstuhl zu den Gargoyles. Ich finde es toll, dass dein Oberteil immer dein Purpose flasht. Ich meine, es ist ein Oberteil und keine Hose. Hevels Rüstung. Das ist ein Oberteil. Wenn es gut laufen würde, wäre ich zufrieden. Ich fange an, mir bald DaVinci Resolve anzuschauen. Wenn man jahrelang Premiere genutzt hat, ist es nicht schön zu wechseln. DaVinci Resolve oder Revolve. Resolve? Keine Ahnung. Die Arbeitsoberfläche ist fast eins zu eins für Premiere. Das heißt, das sollte nicht der übelste Umstieg sein. Das größte Problem haben Leute, die aus irgendwelchen Gründen angefangen haben, Vegas zu nutzen. Denn die Vegas-Nutzeroberfläche ist natürlich sehr anders als Premiere. Und die meisten anderen Programme, die üblicherweise versuchen, wie Premiere zu sein und nicht wie Sony Vegas. von der Rio Mico frischer Sub. Wie viel lieben Dank. Vegas empfand ich als super seltsam. Ja, Vegas ist komisch. Dass man bei Keyframing einfach nur so einen begrenzten Bereich hat irgendwie, wo wenn man das Teil dann aus dem Bereich rausbewegt, dann einfach abgeschnitten wird. Das ist komisch. Das ist ganz komisch. Wo sind die Movie Maker Giga Chats? Ich glaube, Movie Maker gibt es lange nicht mehr. Befürchte ich. Gleich werde ich abgeholt. Gleich geht es los. Es geht los. Verlust eines Kulturguts. Ist mir ein Kulturschlecht. Kulturschlecht. Da ist sie. Vorhin meinte noch jemand, dass die Katze mehr Aufmerksamkeit vom Randomizer bekommen sollte. Schau dich an, wie süß sie sich schüttelt, wenn sie ein bisschen geschockt wird. Ach Gott. Der Typ sollte weniger Aufmerksamkeit vom Randomizer bekommen. Einfach weiterlaufen. Einfach weiterlaufen. Einfach weiterlaufen. Oh, hallo. Hallo. Da hat aber jemand ein bisschen was gedroppt. Windows-Photo-App kommt jetzt, glaube ich, mit einem noch schlechteren Clip-Maker. Was ist die Windows-Photo-App? Das wird ein bisschen dauern. Ah, der läuft mir zu 100% hinterher. Au, hör auf. Gott, ich hasse diese Muscheln. Die sind am schlimmsten. Außer von Infinite 29 Monate. Resub. Wie, wie lieben Dank. Da sind ja Schädel statt Perlen. Ganz recht. Das ist Hardcore. Verirrter Dämon. Er ist sehr verirrt hier gerade. Kannst keine Leiter hochgegehen. Du kannst nämlich die Klingen in deinen Händen gar nicht ablegen, die Dummkopf. schwerer Angriff wie in der guten alten Zeit. Damit mache ich zu Beginn des Runs. Oh, oh. Das hätte wehtun können. Menschlichkeit und Traumwort bauen. Auch nicht der Oberhammer. Wer haben wir da vorne statt dem Schwarzritter? Warum ist hier niemand statt dem Schwarzritter? Ach, das ist wahrscheinlich der Gegner, der vorhin einfach random gestorben ist. Wo ich den Funkeltitanit her hatte. Willkommen, Infinite. Ist Remastered springend eigentlich angenehm? Man fand das springend als recht unangenehm im Original. Man kann die Steuerung umlegen, sodass man im Remaster springt, indem man den linken Stick drückt. wie zum Beispiel auch in Dark Souls 2 oder Dark Souls 3. Und dementsprechend ist springend definitiv angenehmer. In Dark Souls 1 gibt es aber nicht wirklich zwangsweise einen Grund, jemals zu springen. Also kann man das generell einfach ignorieren. Im Original war eher das Problem, dass man versehentlich gesprungen ist. Das hat ja ein bisschen Schaden gemacht. Das finde ich gar nicht nett. Funkeltitanit. Wir sind spät dafür. So, dann kehren wir den alten Oscar aus der Mülltonne. Gott, der Sperr macht so viel Schaden gerade. Vorsicht, Oscar, das ist eine Kugel. Kam einfach so runtergerollt, da kann ich nichts für. Armbrust? Das ist nicht meine Schuld, Oscar. Au, hör auf. So, wen haben wir hier sonst noch? Au, mieser Typ da hinten. Ich dachte, das wäre einfach so ein Bogenschütze, aber ich dachte, Jaucheküchlein. Oder wie man auch in der Jugendsprache so gerne sagt. Na, auf dem Scheiße. Au! Mies! Da liegen 26.000 Seelen. Nein! Um an das Rad zu kommen, um das Wasser in Neulondon zu senken, muss man, glaube ich, einmal springen und nicht übersehen in einen anderen Weg. Ja, du kannst einfach durchs Haus auch gehen. Du kannst dann rechts kurz ins Haus rein und dann nach dem Teil, wo man springt, links wieder raus. So habe ich das damals im No-Hit-Run gemacht. Denn ich war nicht bereit, mit der dummen Sprungmechanik den Run zu riskieren. Au! Der Sprung ist aber deutlich angenehmer. Ja, kommt drauf an. Also im Remaster ja, weil du springen auf den linken Stick setzen kannst, aber wer ist denn da oben? Oh, okay. Ich denke, im Original ist alles, wo man nicht springen muss, besser als zu springen. Oh! Okay, er ist tot. Dann kann ich mich ja um dich kümmern. Okay, der nimmt nicht so viel Schaden. Das ist okay. Wir können parieren. Das war es überhaupt nicht wert, hier hinzugehen. Hier legt ihr mich nur einen Ring, der nicht mal Key-Item-Location zählt, aber das ist okay. Ich finde das Schwert des Grabfürsten nicht zwangsweise gut, aber es ist auch nicht zwangsweise schlecht. Oh Gott. Lass mich mal bitte in Ruhe, alle. Ich gehe jetzt nämlich wieder. Außer von Sailor Falconherz, 14 Monate. Resub, wieviel lieben Dank. Ich meine, wenn ich die Upgrade-Materialien dafür hätte, wäre das auf jeden Fall auch eine gute Überlegung für den Run gewesen, aber jetzt, wo ich hier die schwarze, der helle Bade habe, ist nicht mehr zwangsweise notwendig. Oh Gott, ich dachte gerade, ich sterbe in Fallschaden. Ich spiele gerade Bloodborne-Mittel, Logarius-Wheel, seit eine seltene Waffe gehabt, die gleichzeitig so beschissend und geil ist. Ja, das Rad ist ziemlich scheiße. Man denkt, es wäre lustig, aber es ist wirklich einfach nur schlecht. Einfach nur mies. Immer noch Mid-Roll. Sehr schön. Also gut, Freunde. Der Tag, auf den ihr alle gewartet habt. Wir haben jetzt kein Nordleaf, aber wir haben jetzt eine schwarze, der helle Bade. Das ist es doch, was alle Leute immer sehen wollen. Für Schild auf dem Rücken, was macht das? Äh, der Schild bringt, dass ich HP regeneriere. extrem langsam, aber das regeneriert HP. Was ist mit diesen weißen Brocken aktuell? Jetzt machen wir Schaden. Der, der Bone Wheels zieht, ist nicht mein Favorit. Au. 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 Ich sollte aufhören, mich so viel treffen zu lassen, aber gleichzeitig habe ich auch echt nicht so viel Angst vor den Gegnern. Seht ihr? Alles nicht so wild. Geflechter Steinplattenring. Ich mein, Verstärkerring, Magiefeuer, Blitzverteidigung. Hallo. Das ist eine ganze Mario Party hier. Mario Party 5 ist ein Scheißspiel. Willst du zeigen, gut, der Schild deine HP heilt? Ja, pass mal auf. Stell dir meine HP mal an. Ja, ganz recht. Ich könnte euch jetzt ein bisschen aus Chill mit Jesus vorlesen und ehe wir uns versehen, sind meine Leben wieder voller. Ich kann auch einfach einen Schluck nehmen. Pinwheel. Oh, der kommt wirklich Siv? Oh ja. Pinwheel. Pinwheel ist ein bisschen genervt von der ganzen Situation, aber das ist okay. Das verstehe ich. Ich wäre auch genervt. Hey. Hör auf. Ich sage es euch, die Midroll, die ist ein Problem. Mit der Hellebarde will man übrigens den Schlag von oben nach unten machen und nicht den Folgeangriff. Beziehungsweise, ich weiß nicht ganz, warum man den Folgeangriff nicht machen will, aber bei gewissen Speedruns, wo man die Hellebarde verwendet, da macht man immer nur den Schlag. Deswegen nehme ich mal an, ich werde einfach, ich werde das Gleiche machen. Ich weiß nicht genau, warum, aber es wird schon seinen Grund haben. Ich werde schön mit Jesus oder die Bibel auf Steam kaufen und diese Speedrunnen. Gibt es die Bibel auf Steam? Es gibt auf jeden Fall Noah's Ark 3D. So, ich könnte jetzt in Cents Festung gehen, aber wir haben hier natürlich noch ein bisschen was zu sehen. Jetzt gibt es die Bibel auf Steam mit Samt Trivia. Stark. Sogar vertont und sie hatten einen Soundtrack. Die haben sich nicht lumpen lassen. Starke, äh, starke Fashion, die du hier hast, mein Freund. Blackflame? Bitte beachten, dass der OG-Soundtrack ist. Das hat noch Moses damals komponiert. Unterschrieben von Jesus. Es ist ein digitales Spiel. Ich weiß nicht, ob Jesus das wirklich unterschrieben hat. Ich würde aber einfach mal sagen, nein. Wollt ihr noch ein bisschen Stunk mit mir, oder was? Eine digitale Unterschrift. Glaubt ihr, es gibt Jesus NFT? Au. Der kleine Scheißer. Geh doch mal weg. Ich glaube, dass Matthäus der Täufer bei dem Soundtrack noch mitgewirkt hat mit seinen Homies, den Aposteln. Schwach. Schwach. Dieses dumme Bonewheel! Ach, fuck! Nein! Oh, nein. Ich habe die Gargoyce als zweites gemacht. Ach, komm schon. Die Bibel auf Steam hat sogar Erfolg. Was? Leute kaufen die Bibel. Was? Ich meine, ich habe keine, aber... Ist okay. Dafür haben meine Großeltern bestimmt zwei oder so. diese dummen drei Gegner hier! Ich habe da auch die Bibel auf dem Gameboy fand ich immer witzig. Keine Ahnung. Kriegt man den nicht jedes Wochenende umsonster Fußgängerzone, wenn man will. Ich sehe bei mir immer noch welche, die sind, glaube ich, von einer Sekte. Ich glaube, das ist eine komische Bibel, die die verteilen. Und ich will eigentlich auch nicht mit ihnen reden. Ich habe den Bibel, den Koran und ein Kochbuch für Nudelgerichte aus aller Welt. Jetzt sehen wir mehr von dem Nudelbuch. Fuck! Du stirbst jetzt. Du auch. Und so langsam wird es lächerlich. Ich sehe halt immer Leute, die verteilen, da steht zum Studieren drauf. Verzichte mal höflich darauf. Die sprechen bei dir junge Leute an? Das machen sie bei mir auch nicht. Mich haben sie noch nie angesprochen. Ich habe auch das Gefühl, dass sie generell mehr Erfolg bei alten Leuten erzielen. Du bist ja auch nicht jung. Ich bin aber auch nicht, keine Ahnung, ein Rentner. Was sind heutzutage in der Regel die einzigen Leute, die sich für irgendwelchen Bibelkram interessieren? Oh, komm schon! Wie können diese drei Gegner so fucking nervig sein? Glück, als sind das Fundamentalisten, die erklären, dass Menschen auf Dinos geritten sind. Gibt es die in Deutschland? Ist das in Deutschland eine Sache? Ja, warte, ist das? Fuck. Mir fällt gerade ein, es gab ja die eine Geschichte. Vielleicht habt ihr das mal gehört, dass es irgendwo in, keine Ahnung, im Kongo, glaube ich, angeblich so ein, ähm, so ein Volk gibt, das die Legende erzählt, dass davon, dass sie den Dinosaurier Dinosaurier da gesehen haben oder so. Und, ähm, ja, das ist auch eine Sache, die, wie wir sich herausstellen, hat wirklich auch noch von so einem Typen kam. Ich glaube, der war sogar aus Deutschland. Ich habe die Doku dazu gesehen. Jetzt gibt es eine Doku dazu. Der Typ hat auf jeden Fall sehr viel, äh, Scheiße erzählt. Leute haben so aufgeschnappt und haben gesagt, ja, klingt cool. Wird schon stimmen. Warum denn nicht? Da hinten liegt ein Key-Item, möchte ich mal eben anmerken. Weiß nicht, so ähnlich wie Crypto-Zoologie, wie Bigfoot, Chippacapra und so weiter. Ja, in die Richtung haben Leute es an sich, ähm, als so, äh, als einem von Cryptids, ähm, ja, dazu gezählt, aber, ich meine, sie ergeben auch keinen Sinn. Aber er ergibt noch weniger Sinn, weil es halt wirklich von diesem Typen war, der beweisen wollte, dass Dinosaurier vor, keine Ahnung, 2000 Jahren gelebt haben. Keine Ahnung. Aber ja, es war, glaube ich, ein Deutscher, Österreicher oder Schweizer. Ich bin mir da nicht sicher. Alles dasselbe. Lass mich doch mal in Ruhe jetzt. Ich nehme jetzt den Schlüssel und dann gehe ich. Dann gehe ich! Und des Arturias. Cringe, wenn er aus Lichtenstein kam. Ich meine, es war Sonnenlichtsperr, nicht Blitzsperr, weil wir Freunde das Thema waren. Ich sage es mal so. Ich sage es mal so. Er kam nicht aus Lichtenstein. Ich habe keine Ahnung, woher er kam. Aber er kam nicht aus Lichtenstein. Die Wahrscheinlichkeit, dass er aus Lichtenstein kam, ist einfach so gering. Rein statistisch gesehen, ist es eine so geringe Wahrscheinlichkeit, dass er aus Lichtenstein kommt. Fucking 30.000 Einwohner. Wahrscheinlich die Hälfte davon sind einfach nur Briefkästen. Der vermutliche Saurier aus dem Kongo heißt, äh, Mokele, ähm, Mökele, 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 und hat die mittelgroße Wikipedia-Seite. Ja, weil Leute für eine Zeit lang nicht ganz wussten, was das für ein Typ war, der eigentlich die ganze Geschichte erfunden hat. Und jetzt, wo es eigentlich bekannt ist, ignorieren Leute es irgendwie, was komisches, aber okay. Da hat mein Haus ja mehr Einwohner. Es sind wahrscheinlich 26.000, die wollen nur aufrunden. Ich weiß nicht, wie viele es sind. Es war irgendwas knapp unter 30.000. Ich muss ehrlich gestehen, ich habe, ich habe lange nicht mehr nachgeschaut. Ich bin nicht up to date, was die geografische Entwicklung von, ähm, von Lichtenstein betrifft. Außer von, äh, Kors. Irgendwie so. Frischer Zapf. Vielen, vielen Dank. 39.000! Großer Gott! Die überholen uns ja bald. Können Sie sich vorstellen, Dark Souls 3 No-Hitrun zu machen? Nein, vielleicht. Ich wollte mal Dark Souls 3 Speedrun machen, aber der ist super nervig. Ich könnte es mir, an sich könnte ich es mir vorstellen, aber aktuell absolut keine Pläne. Lichtenstein, eine eigene Armee? Nein. Lichtenstein wird von der Schweiz beschützt, glaube ich. Ich glaube, das Ding war, dass die Schweizer Lichtenstein, dass die Schweizer Armee Lichtenstein, dass sie ihren kleinen Bruder sieht und sagt, naja, wir machen das schon, keine Sorge. Speedrun hat er aufgegeben. Dark Souls 3 Speedrun ist, er wird übel gegen Ende, okay? Wurde Sekiro privat fertig gespielt? Nö. Ich habe es privat nicht mal weiter gespielt. Lichtstein wird von niemandem beschützt. Doch, ich glaube, das war irgendwie das Schweiz oder Österreich oder so. So ein bisschen auf Lichtenstein aufpassen, armeetechnisch. Lichtstein kontrolliert die Schweiz wie eine Marionette. Wer verteidigt Lichtenstein? Lichtenstein befindet sich international betrachtet in einer ziemlich einzigartigen Situation. Zur Verteidigung der nationalstaatlichen Souveränität, Unabhängigkeit und territorialen Integrität verfügt das Land weder über eine eigene Armee noch über eine militärische Schutzmacht. Jo. Gut. Ich habe das Gefühl, dass die Geschichte noch weitergehen sollte, aber ich habe keine Ahnung. Außer von so an, zehn Monate. Resub. Wie lieben Dank. Ich sollte übrigens anfangen, Kondition zu leveln, damit ich vielleicht irgendwann eine Fastroll machen kann. Ja, es war es schon. Ich meine, in dem Artikel, den du hast, bestimmt aber... Ich meine, ich will nicht mal sagen, dass das, was ich sage, irgendwie relativ richtig in Erinnerung habe oder so, okay? Aber ich habe das Gefühl, es gibt mehr über die Situation zu sagen, vor allem, wenn es in der Welt einzigartig ist, als drei fucking Sätze. Richtenstein ist, meine ich, auch keine hundertprozentige Demokratie, also keine Regierung wird von Fürsten... Also Regierung wird von Fürsten ernannt, deshalb sind sie auch kein vollwertiges EU-Mitglied. Flammenglut. Ich fahre mich, wie die Wahlbeteiligung in Lichtenstein ist. Ja, nach den Fürsten suchen wir gerade auch in dem Spiel. Bewaffneter Konflikt entgegen der landläufigen Meinung gibt es kein Verteidigungsbündnis zwischen der Schweiz und Lichtenstein. Ah, shit, okay. Ich meine, da wurde ich, da wurde ich, ja, scheint es wohl irgendein Missverständnis zu geben in der Richtung. Lichtenstein ist auch die erste Flamme, ich sag's euch. Na, die erste Flamme ist irgendwo in der Dunkelheit. Scheingenommen ist der Fürst von Lichtenstein auch der Fürst meines Heimatortes. Ich frag mich, ob das irgendwelche Auswirkungen haben kann. Ah ja, der war Österreicher. Dann bekam er das irgendwie und dann hat er Lichtenstein irgendwie behalten. Ja, warte, der Typ, der dem Lichtenstein gehört, der hat doch gar nicht mal gelebt oder so. Der hat das einfach und dann hat das ignoriert und dann haben irgendwie alle, die ganze Welt das ignoriert, haben sie gesagt, ja, keine Ahnung, sind wir jetzt ein Land oder so. Stimmt, die Geschichte von Lichtenstein war ja super seltsam. Es war irgendwie, jeder hat es irgendwie einfach ignoriert und dann hat sie irgendwie selbstständig geblieben. Wofür ist das Land eigentlich bekannt? Trägt sie irgendwas bei? Ich mein, wie alle von diesen Mikronationen ist es dafür bekannt, dass man nicht viele Steuern zahlt. Ah, mies. Das Gefühl, darauf läuft sie im Endeffekt meistens genauso für Leute scannen. Also der hat halt eine Tochter von dem Grafen unseres Ortes geheiratet oder so und ist dann und so ist das ein Herrschaftsgebiet, so ein kleiner Ort irgendwo in NRW. Da hat sich die Schweizer Armee einmal aus Versehen in Lichtenstein einmarschiert, da bei dem Grenzrundgang es scheinbar sehr dunkel war und die Soldaten sich verlaufen und so zwölf Kilometer im Territorium Lichtensteins endeten. Weil Lichtenstein ist größer als zwölf Kilometer. Die haben überhaupt mehr als zwölf Kilometer. Lichtenstein ist auch mal mit 80 Soldaten losgesucht und kam mit 81 wieder. Ja, das ist auch eine gute Geschichte. Keine Fastroll für mich. Ich weiß, wir legen den Schild aber trotzdem mal weg. Die haben drei große Städte und ein paar kleine Dörfer. Also große Städte. ich würde sagen, nicht mal wenn alle Einwohner in einer Stadt wären, wäre das eine große Stadt. Also wirklich in Deutschland fängt die Großstadt ab 100.000 Einwohner an und Lichtenstein hat nicht mal die Hälfte. Warte, wo will ich als nächstes hingehen? Lichtenstein ist so 25 Kilometer breit als man sieht mit den Lichtensteinen drin. Oh, das ist super. Versehentlich zwölf Kilometer falsch abgebogen. Ups, da sind wir wohl im Herzen des Landes gelandet. Warum als Tümer nach Madeira zählen, wenn Lichtenstein so viel aufregender ist? Ich glaube, ich weiß nicht mal wie ist platztechnisch ein Lichtenstein. Dann wiederum Madeira ist noch kleiner. Ich weiß nicht noch wie der Vergleich ist, aber ich glaube man will wenn dann eher nach Luxemburg als nach Lichtenstein. Nichts wie irgendwo dann die Lichtensteiner da draußen. Luxemburg ist tatsächlich auch ganz schön und man zahlt glaube ich auch nicht viele Steuern. Luxemburg ist super zum Tanken. Ich meine das sind alle das ist bei allen die an der Grenze wodern. Das ist immer ganz einig wenn man woanders tanken kann. Lichtstein hat eine bessere Digitalisierungspolitik als Deutschland. Ich meine wenn du nur drei Städte hast weißt du wie unendlich viel einfacher es ist da irgendwas in Sachen Infrastruktur zu erneuern und zu erweitern als in fucking Deutschland. Das ist so viel machbarer mein Gott das ist nicht mal ein Vergleich Hast du euch schon ein Auto angeschafft? Nee Irgendwann bestimmt keine Ahnung. Ich wäre enttäuscht wenn es nicht besser laufen würde. Wir müssen die Steuern in Luxemburg durchschnittlicher Steuersatz ist 37% denn Grenzsteuersatz 54 weil 54 ich dachte Luxemburg wäre auch so ein kleiner Steueroase was fucking 54% hier auch in Deutschland bleiben und sage ich weniger 54 das ist viel in Deutschland müsste der Spitzensatz 42 Prozent sein Luxemburg ist eine Steueroase für Unternehmen ich bin quasi eine Art Unternehmen ich weiß dass Amazon auf jeden Fall zumindest der deutschen Bereich auch in Luxemburg krieg hast hast du was so ein Fick ist haben ihr den dummen Wurm gesehen da kann ich mal auf Gott anzugreifen fürstensee Scherbe das ist Nummer eins Luxemburg shit Lichtenstein Lichtenstein ich will Luxemburg nicht bedrohen äh Lichtenstein das ist Nummer eins Luxemburg gibt's mehr Lobbyisten als Politiker Deutschland auch fühlt man sich auch wie zu Hause also von der Impacts drei Monate Resub viel lieben Dank göttlicher Segen göttlich außerdem von Schniko 20 Monate Resub lieben Dank Lichtenstein Steuersätze zwischen 2,5% und maximal 22% 2,5% steuern fucking 2,5% an dem Punkt könnte ich auch einfach gleich gar nichts verlangen wofür überhaupt noch die Mühe machen ich glaube den Vaduz gibt's mehr als eine Buslinie ich mein wohlhabend kleine Stadt dementsprechend würde ich sagen doch doch die können können durchaus bisschen die Infrastruktur pulvern kleine Quizfrage welches Land denkst du heute auf der ganzen Welt höchstbevölkerungsdichte keine Ahnung das Gefühl ist auch generell ein ganz komischer Maßstab weil kannst ja super viele Leute keine Ahnung wenn wir jetzt von gewissen asiatischen Ländern reden super viele Leute oder Südkorea oder sowas Indien auch wenn wir davon reden haben wir natürlich diese Ballungsräume wo einfach unwahrscheinlich viele Leute auf einem Haufen sind aber die Länder selber sind ja noch relativ groß und da ist ja dann auch viel wo nichts ist dementsprechend ich denke nicht dass Indien oder sowas würden irgendein kleineres Land ich habe keine Ahnung irgendein Mikrostat vermutlich ja wahrscheinlich müssen wir empfehlen Dark Souls so und da es gerade runtergesetzt ist ja würde ich ist Monaco okay bestimmt und gar was kein Arsch kennt na komm schon man kennt Monaco weiß es nur ja ja das Gefühl die Tatsache dass wir gerade über solche Mikronation geredet haben hat auch mir dabei geholfen zum Entschluss zu kommen dass wahrscheinlich darum es ich um eine derartige handelt Monaco ist ein Land yeah ich weiß auch nicht in Vatikanstadt werden nicht viele Leute leben als würde mich wohl wenn da eine zu hohe Dichte wäre ist hauptsächlich Zeug Touristendichter ist Vatikanstadt ein Touristen Hotspot aber sowas von mehr als Lichtenstein Bezeihung wenn man nach Lichtenstein googelt und dann werden ja von der Stadt auch immer so ein paar Attraktionen gezeigt und wenn ihr nach Lichtenstein sucht was man dann sieht ist eine ich glaube so eine Fruchtbarkeitsstatue oder so ist so eine Bronzestatue von einer Frau mit gewaltigen Eutern und das ist so wie ich vermute das Highlight was es zu sehen gibt warum warum spricht man Lichtenstein ohne langes i aus klingt auch lustiger ich habe keine Ahnung vielleicht spricht man so aus macht einfach jeder falsch gibt üblicherweise nicht so viele Leute die einen korrigieren oh oh gehst du bitte weg blockierst mir den Weg weg wäre Lichtenstein so fruchtbar hätten sie mehr als 30.000 Einwohner. Haben sie? Sie haben 39.000. Schach und matt. Nennt man sowas. Grand. So, wir haben noch ein paar... Wir haben noch ein Key-Item und zwei Schatztrohnen in Sensfestung. Hät sie mehr als 40.000. Nee, also. Kannst nicht einfach, äh... Kannst nicht einfach um 30% deine Maßstäbe erhöhen. Einfach so spontan aus dem Nichts. Doch um 33%. Nee, 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 nee. Oh, viele von diesen komischen Typen aus der Painted World hier aktuell im Randomizer. Was gut ist, weil sie langsam und schwach sind. Ähnlich wie meine Verdauung. Sie ist nicht zu langsam. Ich hab heute eine Gurke gekauft. Aber ich aktuell, wo es warm ist, wieder ganz gern den ein oder anderen Salat mache. Oh mein Gott. Ich weiß nicht nur, was es ist, die Gurken, die es in dem Laden, äh... in dem einen Laden immer gibt. Das sind halt... Ich mein, es sind lokale Gurken. Die, die ich bei Rewe kaufe, sind, glaube ich, immer aus den Niederlanden oder so. Und diese Gurken sind... sind immer so ein bisschen matschig matschig und ich weiß, die sind nicht schön. Die machen mir keinen Appetit auf... mehr. Oh, hast du nicht zwei gekauft? Dann kannst du noch eine essen. Kann ich auch so essen? Ich hab einen Schäler hier. Hallo. Oh Gott, der ist schon wieder... Den mag ich gar nicht. Und der Typ da drüben hat also die Kugeln fallen lassen. Was ein Arschloch. Was ein Arschloch. Ich muss mir wieder Traum zum Einfrieren holen. Ich nicht so gut war das irgendwie dann doch nicht. Hast du zufälligerweise... Ich wollte gerade fragen, ob er zufälligerweise Hevels Ring hat, aber wisst ihr was? Vielleicht finde ich den sogar noch besser. Reicht immer noch nicht für eine Fastroll. Gibt es wirklich Leute, die Gurken schälen? Ja. Ich meine, ich würde es auch nicht unbedingt machen, aber man kann. Wenn die Schale einfach zu viel... Wenn sie einfach zu aufregend für einen ist, kann man sich schon sagen, Uh, ja, das ist ein bisschen... Das ist ein bisschen zu viel Aufregung für mich gerade. Können wir das nicht vielleicht noch ein bisschen weicher machen? Das ist wie mit der Vorhaut gibt es mit und ohne. Na, das stimmt wohl. Ich habe mir so einen gefrorenen Bärenmix gekauft. Ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Kannst du ins Müsli reinmachen oder so? Shit. Die Gurkenschale ist zu würzig für mich. Oh ja. Und da muss man schon bereit sein dafür. Die Gurken etwas älter sind, da trocknet die Schale etwas aus. Wir reden noch von Gemüse, oder? Geschlossen. Nein. Ja, wenn du einen Mixer hast, dann kannst du ja auch irgendeinen Smoothie oder sowas machen. Ist ein guter Weg, um sich direkt 2000 Kalorien reinzuziehen und das Gefühl zu haben, dass man irgendwas Gutes für sich getan hat. Ach, keinen Mixer. Ich dachte, der steht, ich habe einen kleinen Mixer. Ja, dann gibt der, soll ich mir vielleicht mal zulegen, einen Halbsatz auch, wenn ich mal eins finde. Ich spiele das Spiel, okay. Au. Na ja, so ein kleiner Mixer ist schon eine ganz nette Sache. Ich meine, wie willst du sonst wissen, wie es schmeckt, wenn du ein komplettes McDonalds-Menü einfach im Mixer zu einer Pumpe machst. Und wir haben ihn. Mensch, zehn Menschlichkeit. Dieser Smough hat wohl noch ein paar Menschen vertilgt. Ich habe einen Stabmixer für Suppen. Nein, damit können wir bestimmt auch Smoothies machen, aber ich glaube, das wäre eigentlich ein bisschen nervig. Das ist ja schon wieder ein bisschen Menschlichkeit. Sag mal, weißt du, warum Smough so viele von euch bei sich hat, ja? Ist okay, reden wir später nochmal drüber. Oh, hör auf. Ey, da ist die Schatzruhe, die ich nicht übersehen habe. Außer von Bragrim, 43 Monate. Resub. Wie, wie lieben Dank. Du bist zu hart zu Smoothies. Nein, man unterschätzt das gerne. Ich habe einen Entsafter und blicke auf euch den Pöbel herab. Oh, so ein Entsafter. Oh, das, der hätte ich Lust drauf. Kann man da auch lustiges Obst oder Gemüse reinpacken? Kriege ich da eine Karotte reinpacken? Oh, fast rollen. Jetzt geht's los! Fast rollen und schnellere Ausdaueregeneration. Kannst Wurst reinpacken? Ich weiß ja nicht. Küchgeräte sind geil, aber nehmen leider so viel Platz weg. Mein Reichskocher ist ein Mast. Reichskocher hätte ich auch gerne und so eine dumme Heißluftfritteuse, was natürlich für sich immer noch ein fucking Verbrechen ist. Warum haben sie die Heißluftfritteuse genannt? Das ist einfach nur ein kleiner Umluftofen. Wenn man eine kleine Portion Pommes oder so machen will, ist das trotzdem super hilfreich, weil es viel schneller fertig ist. Ich finde es wirklich unglaublich, dass sie damit durchgekommen sind, die scheiße Heißluftfritteuse zu nennen. Obwohl man sonst bei allen Produkten immer irgendwelche komischen Fantasienamen finden muss, aber Heißluftfritteuse, nee. Daher glaube ich nicht, dass das jemanden verwirren könnte. Allen Leuten ist bewusst, dass das nur ein Umluftofen ist. Niemand denkt, dass dieses Gerät was anderes sein könnte. Das ist nicht Marketing, Marketing ist einfach nur eine Lüge. Weil was Marketing ist, zugegebenermaßen. Aldi Force, elf Monate, Resub, wie wir lieben Dank. Wenn man die Früchte selbst reinmacht, ist nicht so viel Zucker drin wie bei den gekauften. Ja, aber wenn du Früchte reinmachst, hast du trotzdem, du kannst in Smoothie trotzdem super viele Früchte reinmachen, die haben trotzdem super viel Zucker. Es gibt ja wahrscheinlich keine legalen Definition von Frittieren. Das fände ich komisch. Meine Schwester, zu den Fritteusen macht viel zu trocknen, dann bleibe ich lieber beim guten alten Ofen. Dann sollst du das Zeug nicht so lange drin haben, glaube ich. Oder vielleicht nicht ganz so Temperatur oder so. Au! Was sollte die Scheiße? Wusstest du, dass die Schwarze der Badebonusschaden an Dämonen macht? Wahrscheinlich wusstest du das nicht. Du musst ja nicht super viele Früchte reinmachen. Ja. Ich schätze, dagegen kann ich wenig sagen. Und wer hat ihn? Ring des bösen Auges. Da mache ich kein Auge auf sowas. Sowas will ich nicht. Ja, die Bosse, die man so random killt, die geben einfach gar keine Seelen. Was soll denn das? Göttliche Glut. Vielleicht kann ich ja doch noch irgendeine okkulte Waffe machen. Ich habe nur nicht in Wille gelevelt, also bringen mir das nichts. Saurons Ring gefunden, einfach. Nee, 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 nee. Der eine Ring sieht komplett anders aus. Feuer, Hüterseele! Ist das Remastered oder ist das richtige Dark Souls? Ich meine, Remastered ist das das richtige Dark Souls. Aber ich spiele das Remastered. Habe ich mal Crash Bandicoot gespielt? Ich denke, jeder hat mal Crash Bandicoot gespielt, aber... Hey! Was hast du gegen den Kronleuchter? Was soll denn das? Oh ja, ich habe auch den Remakes immer wieder mal versucht anzufangen, aber ich bin nicht der größte Crash Bandicoot-Fan. Oh nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Bitte nicht. Oh mein Gott, Dankeschön. Ja, sie fallen einfach alle in den Tod. Gut. Das hat die Stelle etwas erleichtert für mich. Ich muss bei der Stelle noch immer an die Tarkas-Lore denken. Die ist auch wichtig. Sie will den Freitode lieber, als mit dir zu kämpfen. Ist auch die bessere Entscheidung. Denn auf diesem Weg bin ich natürlich ganz klar überlegen. Stahlrüstung. Da will man sich nicht mit mir anlegen. Hey, Nito. Nito, 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 Nito. Da müssen wir also noch eine Runde kämpfen. Was normalerweise in der Truhe. Da ist göttlicher Segen drin, was diese komische goldene Flasche ist, die einen einmal komplett heilt. Zum Vino sagt Nito Nino. Stimmt das, Nito? Nito, wie stehst du zum Vino? Nito, beantworte bitte die Frage. Au. Wäre ich jetzt ein bisschen uncool, aber okay. Oh, ich bin hinter ihn gekommen. Sehr schön. Ja, mach das nochmal. Ich muss sagen, die Schwarzritterhelle Bade macht soweit einen ganz guten Eindruck auf mich. Ich mag es, dass der Angriff mit dem Schwert von unten nicht funktioniert, wenn er nicht in seiner originalen Arena ist. Bekomme ich jetzt von dir irgendwas, oder? Östliche Stulpen und göttlicher Segen zweimal. Naja. Naja. Ich glaube, Nito wäre jemand, der um Elpo morgens Weißwein trinkt, oder generell Weißwein trinkt. Au, was soll das denn jetzt? Nein! Au. Ich bin gar kein Fan von dem neuen Anor Londo. Au. Mein fucking Gott! Hör jetzt auf! Dankeschön. Schickt Nito einem dann auch immer diese Grußvideos? Nee, Nito ist nicht unbedingt der Typ, der mit Lebenden kommuniziert. Ja, tschüss, Ratte. Ich habe den göttlichen Segen nie benutzt. Äh, keine Ahnung, warum den... Äh, keine Ahnung, warum ich den aufbewahren... Was? Keine Ahnung, warum aufbewahren für schlechte Zeiten. Achso, keine Ahnung, warum, Punkt, aufbewahren für schlechte Zeiten. Okay, ähm, ja, ich habe es auch nicht verwendet. Die Sache ist, mit dem göttlichen Segen... Du kannst auch einfach, äh, Humanity einsetzen. Von welcher man üblicherweise immer so 30 Stück dabei hat und dich damit dann auch komplett aufheilen. Es gibt nie welchen Grund, den göttlichen Segen zu verwenden. Nito schickt einem diese Minions zum Geburtstag. Ja, das sehe ich. Und was, wenn ich tot bin? Dann schickt Nito dir auf jeden Fall sein oder andere Grußvideo. Ach, nö. Geh doch weg. Hast du es so leer umgebracht? Ne, ich habe ihn aber auch nicht angequatscht. Und wenn man ihn nicht anquatscht, dann taucht er auch nicht auf. Da lässt er sich nicht einfach so blicken. Ah, Midrone. Mies. Ich glaube aber, dass... Ehrlicher Segen eine kürzere Animation hat als Humanity. Das kann sein. Ich meine... Irgendwann, irgendwann muss es mal wieder passieren. Ich meine, ich wusste nicht mehr, welche davon die Mimik ist. Okay. Nein. Ich meine, die Tür wieder auf. Warum kann überhaupt die Türen wieder schließen? Vielleicht für online oder so. Außerhalb von Jonas, 2, 4, 7, 9. Fünf Monate. Resub. Wie viel lieben Dank. Okay, Mama Mimik. Das war's dann. Grauer Brocken. Das Teilglut und irgendein dummes Wunder, das ich nicht verwenden will. Sonnenschild. Painted World. Drachenschild. Ich meine, wir könnten in die Painted World. Mir fehlt aber noch der Schlüssel, damit wir zu dem Anbau hin können. Warte, wo geht's denn hier raus? Das heißt, aktuell bin ich eher noch gegen die Painted World, ehrlich gesagt. Wir haben aber auch so noch einige Wege offen, also kein Problem. Die Welt liegt uns quasi zu Füßen. Ich bin mal gespannt, wer statt Ornstein und Smough kommen wird. Im letzten Randomizer hatten wir da ziemlich viel Glück. Denn wir bekamen Smough und Super Smough. Und wenn man Super Smough gekillt hat, bekam man den Kampf gegen den normalen Ornstein. Das war lustig. Halt mir! Und Merners. Ja, den bekommt man aber, wenn man den normalen Smough zuerst geht. Und der war nicht so lustig. Den fand ich gar nicht lustig. Finstermondklingenring. Komme ich denn nochmal zu den zwei Schatztruhen? Ich glaube, es war der Weg hier. Es gibt ja noch einen Raum, in dem im originalen Titanit-Dämon drin ist. Ist da auch eine Schatztruhe drin in dem Raum? Der ist in seinen Tod gesprungen. Ich meine, wir werden den Raum einfach machen, dann finden wir es raus. Der ist nämlich direkt hier drüben. Hallo? Ne, hier ist keine Schatztruhe. Ah, jetzt ist er eh schon tot. Goldstrahl! Da ist auch eine vernünftige Waffe. Mit der haben wir schon den letzten Randomizer gemacht. Gegenüber vom Bonfire ist eine Truhe. Oh, shit. Ich glaube, die hatte ich im letzten Randomizer auch nicht. So, aber wie viel hältst du aus? 2200. Den Goldstrahl mache ich ja auch immer nach dem kühlen Blonden. Schwarze Zaubererstiefel. Ja, stimmt, da ist irgendein Gegner, der die Schatztruhe anstarrt oder sowas. Ja, die hatte ich beim letzten Mal auch nicht. Ja. War sowieso noch Müll, also alles gut. Alles Mülle oder was? Ich würde sagen, wir gehen direkt mal zum Bosskampf über. Jetzt die Müllermilch, das wär's. Es gab von Emi diesen Milchkaffee mit Popcorn-Geschmack. Den hatte ich zwei, drei Mal. Ähm, und der hat geschmeckt wie die Macadamia-Nuss-Müllermilch. Ganz zumindest, glaube ich, dass es das war. Oder Hasen-Nuss-Müllermilch. Irgendwie sowas. Und, äh, ja, jetzt gibt's den nicht mehr. Lieblingsmüllermilch? Keine Ahnung, ich kaufe nie Müllermilch. Oh, okay. Ich glaube, wir machen den. Der andere scheint nämlich generell nicht zu viel Unfug zu machen. Nein. Hör auf. Einfach ausgewichen. Wie nichts. Lieblingsjoghurt mit der Ecke. Ich weiß nicht. Wahrscheinlich der mit den, äh, Schoko- und Vanillekugeln. Au, ist ja gut jetzt. Ein Gargäuel? Na, der hat die Musik nicht verdient. Fernglas. Das ist wichtig, damit ich ein paar Dinge für meine Cringe-Compilation erblicken kann. Ja, das war arschlaut. Oh, fuck. Ich hab die Lord Vessel gar nicht. Oh, nee. Warum haben wir die Lord Vessel nicht? Ich kann ja gar nicht schnell reisen. Das macht alles so ein bisschen nervig. Das weiß ich, wer dich töten. Wurfmesser! Wurfmesser! Fernglas zum richtigen Zeitpunkt. Nein! Was hab ich getan? Lord, was bekommt man doch von Gwynevere? Ja, aber nicht im Randomizer. Aber doch nicht im Randomizer. Warte, was hat Schwarze Telebade mehr Scaling? Stärke oder... Scaling ist von beiden Stats echt schlecht. Okay. Geben wir uns ein bisschen HP. Und dann werden wir mal unser aller Lieblings-Invader killen. Und hoffen, dass das irgendwie gut ausgehen wird. Beziehungsweise ich invader ihn. War ich die ganze Zeit über der Invader. Oh mein Gott. Ich seh die helle Bade und weiß Bescheid. Zahlen bitte. Die war ein guter Pick. Und wo wir gerade über Zahlen bitte reden. Ich glaube, ich will demnächst über eine Serie wieder ein Video machen. Und zwar eine Serie, die ich damals gern geschaut habe. Und ich glaube, ich hätte Lust darauf. Ich habe mir eine DVD davon auch sogar bestellt. Und zwar rede ich natürlich von der Donkey Kong-Serie. Das ist der Bananenhammer. Hier kommt der Held des Dschungels. Heyo. Donkey Kong ruft. Das ist der Bananenhammer. Ich weiß nicht, ob es noch mehr Text gibt. Das war leicht. Aber die sind alle auf YouTube. Ja, aber zum einen sind ich... Ich meine, ist mir egal, ob sie sich egal auf YouTube sind oder nicht. Nee, hauptsächlich will ich die DVDs haben, damit ich... Damit ich ein bisschen B-Roll vom Fernseher aufnehmen kann. Und ein bisschen den Fernseher abfilmen. Ist natürlich wichtig, um ein gewisses Feeling dafür zu bekommen. Kommt daher auch der DK-Monkey-Rap? Nein, der kommt aus Donkey Kong 64. Ich erinnere mich an die Folge, wo Donkey sich nicht impfen lassen wollte. Das war nicht Donkey, das war dein Onkel. Der Grund dafür war, dass der Hans ihm auf WhatsApp ein paar Artikel geschickt hat, die ihn sehr angesprochen haben. Hey, ich habe den Schlüssel für den Anbau. Didi wollte sich nicht impfen lassen. Haller vorhanden oder was? Schädellaterne. Mein Onkel auch, aber es war bei Telegram. Also, ich würde sagen, wir werden Gwyndolin machen. Und danach gehen wir in die Perpainted World. Du gibst keine Feuerhütter Seele, also werde ich mir nicht die Mühe machen, mich zu bekämpfen. Tut mir leid. Nicht in den Abgrund rollen! Mein Sohn hat mir gerade das Message, um das er Geldprobleme hat und ich mich auf WhatsApp melden soll. Ja, die Polizei hat mir gerade auf WhatsApp geschrieben. Sie hat gesagt, dass mein Sohn bei irgendwas erwischt wurde und wenn ich ihn jetzt nicht 35 Euro zahle, kommt er ins Gefängnis. Ich habe eigentlich immer gedacht, dass ich an den Rechtsstaat glaube, aber inzwischen muss ich sagen, ich glaube, ich werde lieber die 35.000 Euro zahlen. Das sind eigentlich auch die Snuggly Drops random. Sollten sie, aber es sind keine Key-Items, weil ich den Race-Mode eingestellt habe. Dementsprechend gibt es jetzt nicht welchen Grund, uns überhaupt die Mühe zu machen, da hinzugehen. Stachel. Au! Oh, shit. Oh, guter Schaden. Ganz vorsichtig, finster Sonne Vandalin. Das ist halt echt guter Schaden. Verzeihung? Äh, warum? Warum wurde der nicht rausgestagert? Hä? Komm, Schwarty, mach was. Entschuldigung, Arturius, ich rede gerade mit meinem Sohn. Das war doch was, Schwarty. Oh, Gott. Jetzt wurde er rausgestagert. Au! 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 Die Key-Items sind auch randomized. Ja. Es sind gewisse Key-Item-Locations, die ich abklappern muss. ja, Bosse, Schatztruhen und Dinge, wo auch generell Schlüsse liegen. Das sind so die Locations, wo ich dann im Endeffekt die Lord-Vessel und die vier Seelen herbekommen muss. Oh, und natürlich, Schlüsse sind da auch an die Locations. Heilige Hose, die habe ich noch nie gesehen. Heilige Hose! Sperr. Du hast dieses Mal ein Loot-Sheet gemacht. Äh, ich habe so ein Cheat-Sheet dieses Mal, aber ich weiß ja ungefähr, was ich alles brauche. Dieses Mal, hoffe ich. Wir werden sehen. Bisher ist das Spiel nicht ganz auf meiner Seite. Ich habe nämlich keine Lord-Vessel, um mich zu warpen und auch ansonsten irgendwie nicht allzu viel Zeug. Wobei weiß der Randomizer, dass du nicht gesoftlockt bist. Indem sie eine gewisse Logik einprogrammiert haben. Die besagt, wann man welche Dinge findet. Beziehungsweise, welche Items man braucht, damit welche Location auch immer benötigt wird und sowas. Sind soweit die Randomizer Basics. Ja, wir gehen in Painted World. Vor allem jetzt, wo ich den Anbauschlüssel habe. Oh ja, ich kann doch gar nicht in welche von diesen vier anderen Welten gehen, weil ich die Lord-Vessel nicht habe. Wir sollten die also wirklich mal irgendwo auftreiben. langsam aber sicher wird's aber Zeit. Wir gehen direkt mal zum Gemälde rüber. Oh, Artorias könnte ich noch besiegen. Damit meine ich nicht Artorias direkt, sondern aber wir haben generell noch viel offen. Ich könnte jetzt den Artorias auf der Brücke bekämpfen, der statt Taurus-Dermon da ist, dann Nito, der statt der Hydra da ist und ich würde sagen, wer auch immer statt Sif der Boss sein wird, den sollte ich auch ohne zu viele Probleme bekämpfen können. Wir müssen sehen, was Tarkas Leiche so in sich hat. Erinnere mich daran, wenn wir wieder rausgehen. Dann können wir sehen, was die Tarkas Lore so alles besagt. Gar keine Lust auf euch alle, wisst ihr das? Au. Ich habe da gar keine Lust. Statt dem Typen, der einen Feuerball abfeuert, ist der DLC-Magier da. Das ist ziemlich passend. Wen haben wir denn hier? Ist das Pinwheel? Ah ne, das ist super small. Ah. Ich glaube, ich mache mal unten die Tür auf. Und damit meine ich, ich gehe da vorne durch die Tür. Durch die Nebeltür. Kann Tarkas die Lord Vessel haben? Wenn ja, wäre es funny. Äh, nicht in meinen Einstellungen. Die Lord Vessel ist nämlich definitiv ein Key-Item und Tarkas, ich befürchte, er ist keine Key-Item-Location. Warum bin ich hier reingegangen? Diese Stelle da vorne, dieser dumme Brunnen aus der Painted World, der ist auch immer ein Abenteuer im Randomizer. Seine Rüstung ist ein Key-Item zu jedem Sieg. Absolut, absolut. Aber leider kein Schlüssel. So, hier gibt es ein oder zwei Items, ich weiß gar nicht. Oh. du hier. Okay. Ach, da unten ist, oh mein Gott, warum sind hier so nervige Gegner? Käfigschlüssel? Ich meine, damit kann ich schnell aus Tans Festung wieder zurück. Was ganz nett wird, denn ich habe das Gefühl, ich werde die Lord Vessel nicht hier in der Painted World finden. Au. Ne, da oben ist kein Key-Item. Ne, da gehen wir nicht hoch. Die sind doch noch alle sauer auf mich. Wie weit ist der Run schon? Ich habe bei uns dann noch Zuletzt gemacht. Mir fehlen aber noch viele Key-Items, also. Könnte wahrscheinlich weiter sein. Xbox hat eine Nachricht gesendet, Xbox Plattform-Hinweis. Xbox möchte, dass alle Kinder, da was? Was für Xbox von Kindern? Fuck. Was war das? Warum bekomme ich mit dem Spiel auf einmal eine Nachricht? Xbox möchte, keine Ahnung, die Kinder schützen oder was auch immer. Was willst du von mit Microsoft? Das ist kein Kinderspiel. Jetzt muss ich mich ja nochmal fragen, wie ich eine Nintendo- Plattform spiele. Sag mal, triffst du auch? Dankeschön. So, hier liegt irgendwo ein Schlüssel. Gibt es hier noch eine Schatztruhe? Oder ist hier nur der Schlüssel? Warte, wo ist denn der Schlüssel dann überhaupt? War der hier, war der hier in diesem Raum? also der Anbauschlüssel? Oder war der woanders? Ich bin mir gerade gar nicht mal mehr so sicher. Weg. Baum. Wir finden das raus. Ich vermisse den Stay-Hydrated-Bot. Ich nicht. Ne, das ist hier der Brunnen. Oh Gott, hier will ich gar nicht hin. Da will ich gar nicht hin. Oh. Fürstenseele! Yes! Nummer 2! Ich würde sagen, das war es, was ich hier gesucht habe. Was war im Stay-Hydrated-Bot nicht zu mögen? Keine Ahnung, ich habe nie getrunken, wenn er was geschrieben hat. Ich weiß aber auch nicht, warum sie ihn gebannt haben, also keine Ahnung, was er damit auf sich hatte. war bestimmt ein Krypto-Scam oder so. Ja, die Lord Vestal wäre ganz nett gewesen, aber hey, dass ich sie hier nicht gefunden habe, bedeutet, dass sie irgendwo in der Umgebung sein wird. irgendwo, wo man sich das wünscht. Außerdem von Wusch-Lupri Arrayed, wie wir lieben Dank bekommen. ich hier raus. Vorne komme ich raus. Was habt ihr gespielt? Ich wünschte, ich würde hydriert bleiben. Das wäre das Leben. Weil es gibt ja noch die eine Schatzruhe bei der Albino-Ratte. Da komme ich glaube ich nicht von hier aus hin. Wir gehen weiter. Dark Souls 2 gab es. Oh, mein Beileid. Warum? Was verleitet einen dazu? All bosses, no hit. Aber warum? Aber warum? Das ist der elendigste Run, den man machen kann. Oh. Weil Dark Souls 2 Liebe ist. Oh nein. Wie weit bist du bei dem Run? Beziehungsweise was ist die PB soweit? PB ist 9. Wie lange geht der Run inzwischen? Oh, der ist tot. Der ist tot. Sollst du Broken Sword nochmal fertig machen? Ne, 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 ne. Ne, 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 ne. Der schläft nur. Ich meine, er ist ein Drachenarsch. Ich dachte, dass er vielleicht irgendwas Lustiges macht, wenn ich ihn einen schweren Angriff mache oder so. Bei mir so sieben Stunden, aber er geht safe auch in vier oder so. Sieben Stunden? Der ist so schnell geworden inzwischen. Ich habe den damals mitverfolgt, als Oztaba den gemacht hat. Warte, hier komme ich zu der Ratte hin. Ich glaube, damals war es noch ein fucking 12-Stunden-Run oder so. Es war dämlich lange. Ich meine, sieben Stunden ist immer noch viel, aber verhältnismäßig klingt okay. Au, okay, geh doch mal weg. Au. Siegelschlüssel. Wir können auch die Four Kings machen. Wir haben noch einiges zu tun, bevor wir die Lord Vessel bekommen. Mein Gott. Hör mal weg. Irgendwann werde ich vielleicht für kurze Zeit den Selbstrassonntag zurückbringen. Eigentlich war die Idee lustig. Ist nur... Irgendwann gehen einem auch die Ideen aus. Nach nicht zu langer Zeit. Ich meine, wir erinnern uns alle noch an klassische Selbstrasssonntage, wie zum Beispiel I Wanna Be The Guy oder in so ein komisches Anime-Spiel. Das waren die besten Selbstrassonntage. Au, so er macht Monate. Resub. Wie, wie lieben Dank. Getting Over It. Das wäre so ein guter Vorschlag dafür. Kam da nicht ein neues, derartiges Spiel raus? Irgendwas auf YouTube in Vorschläge und sowas gesehen. Ich glaube, Diss hat darin wieder mal den Weltrekord geholt. Only Up, genau. Was macht man denn Only Up? Fallen? Ich weiß ja nicht. Ja, ich habe das Gefühl, der Titel will mir was anderes vermitteln. Nach oben gehen? Dann lass die Community dir die Aufgaben geben. Keiner hasst und liebt dich so sehr wie wir. Nee, das funktioniert nicht gut für Content, wenn man... Leute das entscheiden lässt. Sieht gut aus. Holy Up mit den NFT-Bildern. Wow. Ach, das war das. Davon habe ich ja auch noch was gehört. Okay, das war doch das Spiel. Ja, nee, das muss nicht sein. Ist ja irgendwie voll mit gestohlenen Content und NFT-Shop oder so. Okay, vielleicht muss es doch nicht sein. Ich würde einfach 10 Stunden Johnnys Gesang haben. Johnnys Text, was seine Gesang angeht. Ich will darüber nicht mit ihm reden. Alle, alle, alle in den Kommentaren... Wir beschweren uns. Leute, in den Kommentaren beschweren sich. Und man sagt, ja, aber ich finde nicht, dass man... Dass jeder darf singen. Muss ja nicht gut klingen oder so. Was eine nette Einstellung oder so ist. Aber es nervt trotzdem alle. In den Videos. Okay. Was der Tag ist für uns. Au. Nö. Fünf Menschlichkeit. Er war schwanger mit Vierlingen. Dann bin ich halt nervig vorher. Ich glaube, nach oben war in die Richtung. Ja. Er sollte dann vielleicht ein bisschen Gesangsunterricht nehmen. Nein, auch dann finde ich es nervig. Finde ich das recht nervig. Wenn Leute dann wirklich plötzlich random irgendwie singen. Und man denkt sich... Hör doch auf. Was soll das denn? Wir sind hier doch nicht in Highschool Musical 2 auf dem Disney Channel. Wird vielleicht dann auch bald mal Opernsänger? Ich weiß ja nicht. Ich glaube, da kommen wir nicht so leicht rein. Unjust Dance Stream. Kannst du mir vielleicht sagen, was eventuell an Just Dance ein Problem darstellen könnte im Stream? Würde dir da was einfallen? Ich habe Platz zum Tanzen. Ich meine, das wäre wahrscheinlich ein Problem. Dance Dance Revolution Mario Edition. Nee. Ich höre mal keine fucking Tanzmatte. Einfach ohne Musik. Ja. Das ist auch eine Sache, wenn... Leute... Äh... Im Stream oder so manchmal was singen. Aber nicht wissen, dass ihr In-Game-Sound... Dass man den nicht hört. Und das ist dann... Eine sehr seltsame Angelegenheit. Eine sehr seltsame Angelegenheit. Oh, die Fahrstühle. Dann gibt es Donkey Konga-Content. God, Donkey Konga war so eine Scheiße. Ich möchte übrigens anmerken, die eine Donkey Konga-Werbung aus der Endzone... Die irgendwo, ich glaube, auf der Rückseite war. Wo wurde dann einfach geschrieben... Wo dann so ein Junge ist. Keine Ahnung, 13 Jahre oder so. Der erzählt dann stolz, was er so für Pläne für das Wochenende und sowas hat. Und dann Donkey Konga-Konzert geben. Und dann ist eine Mädchen, mochte ihn dafür und sowas. Die eine Werbung... Ich habe letztens in einem Video sie beschrieben. Ich habe gesagt, hey, wenn jemand weiß, was das für eine ist, dann... Haltet mich auf dem Laufenden und niemand hat sich gemeldet. Das heißt, ich werde gleich... Ich werde gleich ins Lost Media Wiki-Forum gehen. Dann würde ich sagen, Freunde... Was mit der Endzone-Werbung. Wie steht jetzt zu Lost Media? Das ist ja eine Sache, die in den letzten Jahren eine größere Sache wurde. Ich muss sagen, ich mag das Konzept davon. Aber super viel ist unfassbar dämlich. Unfassbar dämliches Zeug. Und manche Leute verstehen nicht ganz, was Lost Media ist. Ich habe mal irgendeinem... Ich glaube, es war so ein dummes Lost Media-Eisberg-Video oder sowas. Hat jemand... Dieses My-Pokémon-Range genannt. Weil was so ein Wii-Ware-Spiel ist und... Das ist nicht Lost Media, hä? Nur weil der Wii-Shop geschlossen ist. Du kannst auf fucking archive.org gehen. Und du kannst dir die ganzen Wii-Wads runterladen. Und dann auf deiner Wii installieren. Es ist buchstäblich nicht verloren. Es gibt auch ein Eisberg-Video bei dich. Das ist buchstäblich nicht, wovon ich geredet habe. Ja, ich weiß. Ich... Ja. Ich habe es mir nicht angeschaut. Ich habe es damals retweetet. Ich glaube, das wäre mir unangenehm. Ich glaube, da sind noch... Da werden noch viele Sachen, wo ich sagen würde... Weiß ich nicht. Verstärkt mal meinen Estos. Mehr kann ich nicht. Okay. Also, wo wollte ich als nächstes hingehen? Wald. Wald. Eisberg-Video ist gleich Content für den Stream. Inwiefern? Meinst du... Soll ich ein Eisberg-Video anschauen oder was? Wenn ja, dann... Nee, ich glaube nicht. Isaac ist laut dem Eisberg-Video ein Lieblingsspiel? Nee, ist es nicht. Ich glaube, ich habe auch nie gesagt, dass Isaac mein Lieblingsspiel ist. Das ist ein Top-5-Spiel. Würde ich sagen. Gleichzeitig auch ein Top-5-frustrierendes Spiel, aber... Das ist nicht mein Lieblingsspiel. Ja, Platz 4 oder 5 wird es, denke ich, belegen, aber... Nicht die 1. Das ist nicht mal knapp. Was ist da in Nummer 1? Ach, ich weiß nicht. Metroprime 2 oder Dark Souls. Ich mag auch Platform sehr. Ah ja, wahrscheinlich Dark Souls 1 oder Metroprime 2. Irgendwie sowas. Schwer zu sagen. Kommt immer auf die Tagesform gerade an. Kein Paper Mario 2? Hä? Warum? Was? Hier kommst du darauf, dass Paper Mario 2 mein Lieblingsspiel ist? Ich meine, ich mag Paper Mario 2 und so, aber... Hä? Ich rede doch auch so gut wie nie darüber oder sowas. Ich habe damals darüber redet, dass fucking Color Splash rauskam. Aber... Ja. Ist mal Sekiro gespielt? Nicht viel. Ich glaube, Sekiro hat das Potenzial, da neu am Platz 1 zu werden. Nee. Nee, das glaube ich nicht. Ich weiß noch nicht genau, warum... Was ich sowas überhaupt glauben lassen würde. Spielst du erfter? Metroprime 2 oder Dark Souls 1? Ähm... Metroprime... Die Sache ist, Metroprime und Metroprime 2 spiele ich nicht im Stream. Weil es keinen Arsch anschaut und niemand sehen will. Dark Souls dagegen. Wenn ich das spiele, dann spiele ich es effektiv immer nur im Stream. Also... Willst du eigentlich spielen Metroprime mehr? Weil ich Dark Souls privat eigentlich nicht wirklich spiele. Willst du im Oktober als neue Lords of the Fallen spielen? Ich würde auf jeden Fall reinschauen. Metroprime Randomizer würde ich schauen. Ich habe Metroprime 2 Randomizer gestreamt. Und es waren die... Es war einer der Top 5 am wenigsten geschauten Streams. Ich weiß das. Wenn man sowas sagt, dann sagen alle immer, nee, ich würde es anschauen. Dann macht man das. Dann sitze ich da. Niemand schreibt was im Chat oder so. Dann denke ich mir, oh ja, cool. Dann kann ich jetzt für die nächsten 5 Stunden wohl Selbstgespräche führen. So läuft es nämlich immer. Ich wünsche Puli wäre da, damit er das bestätigen kann. Leute sagen immer, nee, ich würde es sehen. Ich werde da sein. Ich werde es anschauen. Dann macht man es und niemand ist da. Niemand ist da. Aber interessante Selbstgespräche. Prime 2 würde ich nicht anschauen. Also wenigstens ehrlich. Hast du schon mal vor, Holes of Torment zu zocken? Ich habe Holes of Torment ein bisschen gespielt, als es neu war. Aber ja. War dann halt so ein Auto-Battler-Rogelight. Dann dachte ich mir, ja gut, das ist jetzt... Schwierigkeitsgrad war, als ich es ganz neu war, fand ich ein bisschen zu hart. Ich kam nicht wirklich zu weit. Auch nach 3 Stunden Spielzeit dachte ich mir, ja gut, das ist jetzt halt... Wir haben ein paar Survivors mit ein paar Extraschritten. Wann ist der Gegner hier? Das ist eigentlich noch ein Stream oder Video mit PS2-Eitoy geplant. Äh, irgendwann bestimmt. Ich habe aktuell aber kein Eitoy. 5 Stunden Selbstgespräche hört sich nicht so schlimm an. Ich führe ca. 40 Stunden Selbstgespräche am Tag. Nein, nein, nein. Das ist das... Das ist eine komplett andere Sache. Wenn du Selbstgespräche führst, oder was auch immer, dann... Äh... Musst du nicht auf irgendwas achten. Das ist für Leute Interessantes oder so. Spielt absolut keine Rolle. Oh, Dusk. Schickes Outfit. Sehr schickes Outfit. Gefällt mir. Steht hier. Das heißt gerade, dass meine Selbstgespräche langweilig sind. Ich habe sie nicht gehört, aber ja. Ich würde sagen, dass sie in der Tat langweilig sind. Also, dass sie im psychotischen Zusammenbruch zwischendurch könnte vielleicht interessant sein für jemanden, der wissen will, was der damit auf sich hat. Können wir in nächster Zeit noch eine weitere Mario Party, wie wir es mit den Buben erwarten. Ah ja. Ja, ich denke schon. Falls noch nicht, ob ich Lust habe, nochmal Mario Party 5 zu machen, weil Mario Party 5 ist so eine Scheiße. So eine Scheiße. Und generell, ich bin aktuell gar nicht in der Stimmung für Roguelites. Mario Party DS. Nee, ich glaube, den DS-Tal machen wir nicht. Und damit meine ich, ich weiß es. Ich weiß, dass wir den DS-Tal nicht spielen werden. Ja, es war sehr balanced. Beim letzten Mal erfolgt mich, Videos sind immer ein Tagesretter. Ja, also, ich meine, oftmals habe ich nicht zwangsweise zu viel Lust auf Mario Party, aber Leute mögen die Videos. Ich glaube, die anderen haben relativ Spaß damit. Ich habe manchmal Spaß bei Mario Party. Am meisten ist es schon ziemlich belastend. Ist einfach kein Partygänger. Das ist halt absolut richtig. Smash Bros. Smash Bros. kann man auch nicht spielen. Johnny hat es ja für Ewigkeiten super viel gespielt. Der ist halt so viel besser als wir. Ist genau das gleiche wie auch mit Mario Kart 8. Kann man ja auch nicht spielen, weil Johnny immer nur mit viel Abstand gewinnt. Ist ja auch nervig. Haltung zu Mario Kart 7. Ist okay. Ist okay. Die Retro-Strecken aus Mario Kart 7 waren ziemliche Schläfer. Ich wünschte, ich könnte mich in diesem dummen Wald orientieren. Wenn man Smash Bros. Items anmacht, sind alle gleich gut. Nein, nicht wirklich. Dabei ist Johnny nicht so gut. Ihr anderen seid einfach nur scheiße. Ja, schon klar. Aber ich habe fucking vier Charaktere in Ultimate freigeschaltet oder so. Ich spiele das Spiel halt nicht. Keine Ahnung. Mein Fully hat es eigentlich ein bisschen mehr gespielt und Maeve glaube ich auch. Ich glaube, die haben wenigstens die Charaktere freigeschaltet, aber... Ja, es ist ja auch Jahre, seit die zuletzt wirklich immer gespielt haben. Und Spiele, die ich spielen kann, die kann ja von denen niemand. Das heißt, ich bin immer im Zugzwang. Das ist meine Ausrede, warum ich immer als am schlechtesten bin. Muss wohl an der Spiele der Auswahl liegen. Lord Wessel! Machen wir ein bisschen Dark Souls PvP. Oh Gott, Dark Souls PvP kann ich genauso wenig. Dark Souls PvE und der PvP sind doch... Da liegen doch ein paar Schritte dazwischen. Also ich meine gegen die Buben, ja schon klar. Ich will nur sagen, ich bin trotzdem nicht gut darin, aber das Hauptproblem ist... Kauksbirt. Ich meine Dark Souls 1 müsste ich glaube ich jeder auf Steam haben, aber ich weiß nicht, ob die einen Spielstand dafür haben. Johnny hat auf jeden Fall keinen Brauchband, aber... Elden Ring bin ich der Einzige, der erst auf Steam hat. Dark Souls 3... Ich hatte ja nicht Lust darauf. Ich kann ja nicht mal fragen. Ah. Wer ist mir da gepflegt, Runde Risiko? Dauernde Runde Risiko und nicht acht Stunden oder so. Das dauert doch ewig. Schau mal von Remnant from the Ashes. Achso, ich habe es nicht gespielt, aber ich habe davon gehört. Hat Fully nicht auch Elden Ring? Ja, bei TPS 5 Version. Fully's PC würde Elden Ring nicht stemmen. Dazu muss man sagen, die meisten PCs stemmen Elden Ring nicht gut, weil es echt mies optimiert ist. Heute haben wir eine Menge Ornstein und Smough. Einfach zwölf Stunden Monopoly streamen. Ach, Monopoly. Ich glaube, das Spiel, das will ich... Oh nein. Das will mich auch sauber machen. Ich finde generell halt immer sehr schlecht in Videos spielen. Deswegen, wenn sowas wie Monopoly, wenn ich mir das vorstelle, oh, das wird so mies laufen. Da werde ich nicht gut abschneiden. Warum wurde das Schwert beim letzten Mal zu gewinnen? Elden Ring ist nicht so anspruchsvoll. Spiel das auf dem Steam Deck. Ich habe es auch mal auf dem Steam Deck gespielt. Und ich habe im Vergleich dazu Dark Souls 3 auf dem Steam Deck gespielt. und ich würde sagen, eins davon läuft wesentlich besser als das andere. Ne, Elden Ring fand ich, es läuft mit nicht vielen Frames auf dem Steam Deck. Frisst du den Akku weg? Jedes Spiel auf dem Steam Deck frisst den Akku wie scheiße weg. Das ist gerade Dark Souls 3 zu mehr Spaß. Ja, aber das hängt nicht mit der Framerate zusammen. Aber ich würde sagen, Dark Souls 3 hatte sowohl mehr Frames als auch mehr Spielspaß. Ich wünsche, das Steam Deck hätte ein besseres Steuerkreuz. Ich mag das Steam Deck für 2D-Spiele gar nicht. Was ich ein bisschen schade finde. So, wo will ich als nächstes hingehen? Wie viele von den Shit-Seelen habe ich dann? Zwei. Da fehlt noch ein bisschen was. Warte, ich habe den Ring, um über Lava zu laufen, glaube ich. Der Tor ist auf der Brücke. Na, wir machen, wir machen Eiselef. Warte, habe ich den Lava-Ring? Ja. Ich spiele auf dem Steam Deck Like a Dragon Ischen und überlege mir noch, Jakusa Like a Dragon zu kaufen. Ich habe Like a Dragon auch auf dem Steam Deck gespielt. Das lief gut. Man hat nur in den Cutscenes immer so einen komischen Rahmen im Hintergrund, weil Steam Deck hat diese... Warum hat das Steam Deck eigentlich eine Auflösung von 1280 mal 800? Was glaube ich 16 zu... Nicht nicht 16... Ist das 16 zu 10? Ich habe keine Ahnung. Das ist eine komische Auflösung. Damit hat man auch in Ischen, würde ich von ausgehen, weil es keine 16 zu 9 Auflösung ist. Aber ich verstehe nicht ganz warum. Sehr ungewöhnlich eigentlich, dass ein Display nicht 16 zu 9 ist. Ich meine, es macht erstaunlich wenig Unterschied, aber es ist trotzdem komisch. Oh ja, Steam Deck mit der Docking Station für den Fernseher. Also, ich habe das Gefühl, das ist eine tatsächlich wirklich, wirklich gute Wahl, wenn man... Ich meine, viele neue Triple H-Spiele laufen nicht so optimal auf dem Steam Deck, aber generell... Ich habe das Gefühl, dass es... Man ist wahrscheinlich besser dran, als wenn man eine fucking Xbox One S oder sowas holt. Das Gefühl, so ein Steam Deck mit der Docking Station... Wie viel zahlt man da für 400 Euro? Ne, wie viel kostet ein Steam Deck? 350? Oder ist es teurer? Wie viel kostet das Steam Deck? 400? Ich weiß nicht mehr. Also, die Basic-Basic-Version. Du kannst ja selber eine Speicherkarte reinmachen. Schande statt Schlusse. 377 pro Angebot? Okay, 400 also dann ohne Angebot. Ja, also für das Geld, wenn man das mit aktuellen Konsolen und sowas vergleicht, man muss ja Docking Station noch dazu kaufen, aber man spart halt so viel mit den Spielen und hat auch so viel mehr Spiele zur Auswahl. Auch wenn natürlich nicht alle auf dem Steam Deck laufen, zugegebenermaßen, weil Linux. Aber vielleicht sollten sie irgendwann mal nochmal versuchen, eine Steam-Heim-Konsole zu machen. Jetzt, wo sie sowieso schon so viele Spiele für ihr Linux-OS geportet haben. Docking Station ist auf Amazon sehr billig. Auf Steam kostet sie 70 Euro. Zeit mir nicht davon, dass es wohl bald auch Twitch-Shorts gibt. Keine Ahnung. Twitch ist, ja, sie machen nicht viel Sinnvolles. Twitch-Shorts, sicher. Leute sind bestimmt für den Short-Content auf Twitch, wird bestimmt hinhauen. Kannst du durch irgendwelche Clips scrollen, wo irgendeine VTuberin ein obszönes Wort gesagt hat oder irgendein anderer Streamer ganz laut geschrien hat. Weil es immer so die populären Twitch-Clips sind, sind echt lustig. 100 Euro im Sale, 80 Euro. Wie viel zahlt man auf Amazon für so eine Docking Station? Ich meine, viel mehr als ein Netzteil und ein HDMI-Port ist es ja nicht. Oder ist die Docking Station ähnlich wie bei der Switch, dass man dann auch ein bisschen höhere Auflösung hat? Wahrscheinlich hat man dann 16 zu 9 Auflösung. Das würde Sinn ergeben. Ich sehe den Mehrwert nicht. Ich sehe den Mehrwert von absolut keinen Short-Plattformen außer TikTok. Und da sehe ich den Mehrwert auch nicht, außer dass es der Mülleimer des Internets ist und Leute dann wenigstens einen in Ruhe lassen, weil sie auf TikTok beschäftigt sind. Ab 14 Euro kannst du bis 4K hochskalieren, aber der Steam Deck kommt damit nicht klar. Ich meine, davon würde ich stark ausgehen. 30 bis 50 Euro meins hat 30 kostet die. Okay. Ja, dieser Original-Docking-Station ist sehr teuer. Funkeltitamit. Nein! Nein! Was ein Arschloch! Was ein Arschloch! Einfach runtergeworfen. Wie nichts! Original-Docking-Station sind immer teurer, äh, teurer, wenn man zum Beispiel auf die von Lenovo guckt, welche fairerweise mehr Anschlüsse haben. Ist das eine Originale? für Laptops halt in dem Fall. Es gibt docking-Stations für Laptops. Das wusste ich nicht. Ich kann die Docking-Station nur von der Switch. Ja, was mir gerade einfällt. Warte, wenn man ein Steam-Deck mit der Docking-Station hat, wenn man sich die Mühe gemacht hat, Amu-Deck draufzuziehen. Ist das eigentlich eine ziemlich starke Emulationsmaschine, oder nicht? Im Gegensatz zu einer fucking Xbox Series S, was Leute sonst dafür gerne verwenden, wird das auch nicht rausgepatcht, weil das wäre eine PC-Plattform. Steam wird dahinter sie nicht einfach nehmen. Ist doch nicht deren Problem, was du damit machst. auf der Arbeit ist es ganz angenehm, zwei Monitore nutzen zu können, aber trotzdem den Laptop mitnehmen zu können. Beim Laptop hat man wahrscheinlich gar keine zwei Monitor-Anschlüsse. Ist ein Hauptgrund für Steam-Deck gewesen? Ja, das sehe ich auf jeden Fall. Ich sollte meine die MU-Deck auch mal draufziehen. Freunde, stelle ich das vor, ich könnte dann einfach auf meinem Handheld Metroid Prime auf dem Nintendo Gamecube spielen. Hier sollte man wieder reinschauen. Es ist so komisch, weil es Linux ist, kann man nicht einfach das Zeug auf seine Speicherkarte draufziehen und dann einstecken. Zumindest, wenn man einen Windows-PC hat, kann man es nicht einfach draufziehen. Ist ein bisschen nervig alles. Metroid Prime auf dem Nintendo Gamecube. Nicht die olle Switch-Version. Nicht, dass die Version Unterschiede haben, so wirklich. Ein bisschen. Also, die sind für den Casual-Spieler nicht relevant. Teste erst mal, bin ich überzeugt vom Steam-Deck. Es gibt genug Leute, die MU-Deck getestet haben. Macht ihr da mal keine Sorge. Das war doch ganz guter Damage. Ami-Deck ist großartig, wenn man sich reingefuchst hat. Ja, das glaube ich. Der Einstieg sieht nur mal ein bisschen Shit aus. Menschlichkeit. Kein Item. Nur die Menschlichkeit. Okay. Fair-Mio-Deck lohnt sich's eine Maus anzuschließen. Ich meine, keine Ahnung, kann sein. Ich mach mal noch mehr Ausdauer. beim Psychopathis kann man sich auch Windows auf dem Steam-Deck installieren. Ich hab das Gefühl, das wird dann einfach nur ständig Probleme machen. Ich hab das Gefühl, man sollte nicht Windows drauf installieren. Desktop-Modus ohne Maus ist schwer zu bedienen, aber man hat auch diese Touch-Felder, die wie Maus sind. Du schon wieder? Vorsicht! Der Boden ist Lava. Das hab ich nicht ohne Grund gesagt. Ich hab dich nicht angelogen. Nebita ist scheinbar auch richtig wild als Emulatoren-Gerät. Ja, ist halt handlich ja auch. Hallöchen. Aber die Gegner respawnen hier alle nicht mit einem Randomizer inzwischen. Fabio-Deck deaktiviert sich das Touch-Bad, wenn du Spiele draufziehen willst. Aha, verstehe. Das ist natürlich ungünstig. Sollte auch irgendwann mal wieder ein Spiel auf dem Steam-Deck anfangen. Aber ich weiß nie was. Das ist nämlich das Problem, wenn man direkt auf Steam-Zugriff hat. Man hat direkt wieder so viele Spieler und denkt man sich, ach, schon wieder so belastend, irgendwas zu finden. Da habe ich gar keine Lust mehr. Uh, ich könnte aber Dark Souls 3 spielen. Portal 2? Nein, Portal 2 muss ich im Stream spielen, wenn dann... Ich glaube, Leute wären nicht begeistert, wenn ich, ich meine, wenn es auch ist Sauerzwang, also so, aber ich habe gesagt, dass ich im Stream noch spielen werde. Das werde ich auch noch machen. Sekiro, na, ich glaube, Sekiro ist, ich glaube, ich glaube, das Steam-Deck ist nicht die optimale Plattform dafür. Und das ist nicht mal eine Ausrede oder so. Ich glaube wirklich, dass es nicht die optimalste Plattform dafür ist. Da es ja sehr viel Reflexe und sowas geht und ich weiß nicht. Ich glaube, da will ich ein größeres Bild. Ich werde den Portal 2 Stream machen. Portal 1 Stream war Punkt, 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 lustig. Wie war es Stimme in Portal 1 Stream nicht? Vfanzi 12 auf dem Steam-Deck? Nee. Nee, 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 nee. Ich bin immer noch irgendwann irgendwie, ich meine, ich habe es ewig nicht mehr gespielt, aber irgendwann werde ich noch die Platin-Trophäe von Final Fantasy 12 fertig machen und dann bin ich fertig damit. Dann bin ich fertig damit. Ich warte immer noch auf Portal 2 VR. Ich meine, es gibt so ein Tool, mit dem man jedes Spiel in VR starten kann. Das ist nicht, das ist besser, als man denkt. Ist nicht perfekt, aber ist ganz nett. Aber ja, offiziell Support war wahrscheinlich. Dann wiederum, Portal ist so schnell, ich habe das Gefühl, wenn man das offiziell macht, dann explodieren, die Augäpfel oder so. Ja, genau, bist du, wenn du durch männliches Portal fällst in VR. Ich meine, es wäre auf jeden Fall ein Erlebnis, aber ach, du Scheiße. Ach, du liebes Lieschen. Ich glaube, das wird ein bisschen unangenehm. Gehst du mal weg? Geh dir alle mal weg jetzt. Dankeschön. Ist das eine VR-Brille? Ja, ich habe so eine Orchillus-Quest. Ich mache aber nicht wirklich was damit, weil das relativ verschwendet. Dolphin VR ist für so fünf Minuten lustig. Dolphin VR hat bei mir nie funktioniert. Vor allem ist der Dolphin VR-Bild auch von 2016 oder so. Oh, ihr habt sogar VR-Videos, wenn ich mich recht erinnere. Ja, es war aber ewig her. Das ist sehr lange her. Ja, ich denke auch nicht, dass sich VR-Heads jetzt lohnen. Es ist ein bisschen schade, dass Resident Evil VR, dass die exklusiv für, bis auf Resident Evil 4, warte, Resident Evil 8 VR, das ist noch exklusiv für, und Resident Evil 7. Ich glaube, die sind beide exklusiv für, warum gehe ich hier entlang? Das ist der falsche Weg. für Sony VR. Das ist ein bisschen Lärm, weil, ich habe das Gefühl, Resident Evil 7 oder 8 VR, das wäre interessant. Und schade, dass Resident Evil 4 Remake für PSVR 2 kommt. Irgendwie fern findest du schade, hä? Aber Apple VR wird alles revolutionieren. Ich meine, Apple VR wird bestimmt ein gutes Gerät, aber kostet trotzdem viermal so viel, wie es eigentlich sollte. Aber das ist okay, das ist wert, weil es irgendwie trotzdem ein gutes Gerät ist. Das übliche Apple-Prinzip. Was ist die Schatzruhe hier? Ja. Hier ist die Schatzruhe. Bei uns soll Apple VR nicht rauskommen. Oh, Schreck. Dann lieber für 3500 Apple-Aktien kaufen. Ich weiß nicht, ob heutzutage Apple-Aktien wirklich noch so eine gute Idee sind, zwangsweise. Das Gefühl, Apple ist an dem Punkt Unternehmen, das durchaus, ähm, durchaus, äh, reinscheißen könnte. Ja. 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 Schlimmste ist, dass Resident Evil 7 bei Steam den VR-Tag hat. Habe es mir vor ein paar Monaten deswegen gekauft und eine halbe Stunde mit Verbratte rauszufinden, wie man in den VR-Modus geht. Oh, das ist mies. Die sind halt in jedem ETF und werden dadurch gepusht. Ja. Ich meine, das ist ja bei jedem der Top 100 Unternehmern, je nach Region. Die einzigen ETFs, die sich bei mir ausgezahlt haben, waren irgendwas mit erneuerbaren Energien. Fairerweise muss man sagen, die letzten Jahre waren noch nicht die optimalste Zeit, aber die erneuerbaren Energien, die haben sich ausgezahlt. Das ist noch der erste Run. Welche Bosse kamen bisher wo? Äh, ist der erste Run. Ich werde keinen zweiten anfangen und keine Ahnung. Kam halt random Bosse. Wir hätten auf jeden Fall zweimal Artorias, wovon ich einen noch besiegen muss. Du. Hey. Oh, was? Das Glück hat der nicht viel HP. Verwerb ihn. Und wir haben ihn. Zauberei-Chameleon. Menschlichkeit. Ja gut. Ah, ich würde sagen, Eiserlef hatte nicht so viele hilfreiche Dinge. Ich sehe gerade, ist nicht da ein Shit zwischen Apple VR und anderen VR-Brillen, dass die von Apple auch AR kann und man die auch draußen tragen kann. Du kannst auch die Oculus Quest draußen tragen. Du solltest nur nicht. weil die Sensoren irgendwie beschädigt werden können, wenn man in die Sonne schaut oder so. Aber prinzipiell ist es auch möglich. Aber wir sind davon, wer will die Scheiße draußen tragen? Hatten, Google Glass hatten wir doch schon. Außerhalb von Yashiro. Frischer Sapfi, wir lieben Dank. Man sieht draus vermutlich auch recht dumm damit aus. Vermutlich, ja. Wir sind uns noch nicht ganz sicher, aber vermutlich, ja. Ne, komm, wir machen, wir machen Artorias. Das Frauen-Abwehr-System. Dafür brauche ich keine VR-Brille. Dafür muss ich einfach nur ich selbst sein. Warte zu, äh, tauswaltig. Bin ich richtig beim kanadischen Unabhängigkeits-Stream? Weiß nicht, letzte Woche? Aber ja, bis so. Au, was zum Fick war. Ach, da war ein Skelett noch. Wie sind das für zwei Flügelchen? Willkommen, das ist die Rüstung von Gwyndolin. Der scheinbar zwei kleine Flügelchen hat. Sieh was, dieser Weg hier ist super nervig. Wir gehen lieber außen rum. Was, wie gehe ich hier am besten außen rum? über den Turm. Wir gehen über den Turm. Ach, gehen wir doch nicht auf die Nerven. immer für die kanadische Unabhängigkeit, immer für die kanadische Unabhängigkeit. Ja, das stimmt wohl. Es gibt nicht viele Dinge, die mir wichtiger sind, als die kanadische Unabhängigkeit. also, wir werden Artorias besiegen. Warte, kann ich überhaupt so, äh, Kerpra runter? Ja, kann ich. Okay. alles cool, Freunde. Alles cool. Was gibt's denn, was hier wichtiger ist, als die kanadische Unabhängigkeit? Die kanadische Abhängigkeit von der britischen Monarchie. Diesmal, ehrlich gesagt, noch ein bisschen wichtiger. Aber gleich danach kommt die kanadische Unabhängigkeit. Ich glaube, ich setze mich unten noch schnell ins Bonfire hin. Denn ich habe das Gefühl, bei dem Kampf könnte ich eventuell, ich will euch keine Angst machen, Kinder, aber vielleicht werde ich sterben. vielleicht werde ich sterben. Ich glaube, nach dem Bosskampf sollte ich mir irgendwann noch was zum Trinken holen. Denn der, äh, Stehydriert-Bot, der, der hat mich ein bisschen im Stich gelassen in letzter Zeit. Ich habe lange nicht mehr von ihm gehört. Ich frage mich, was aus ihm wurde. Dem geht es bestimmt gut. Ja, der würde nie Probleme haben. hat sich verflüssigt. Das ist das Mieseste. Ich frage mich ja wirklich, was, ich frage mich ein bisschen, was die Geschichte in dem Stayhydrated-Bot war. Wer hat ihn erschaffen? Und warum musste er gehen? Das ist der Aufstieg und Fall des Stayhydrated-Bots. Das ist die Verarschen gerade. Die Ratte will mich verarschen. Die Ratte will mich verarschen. Großer Gott. Das ist nicht mein bester Artorias-Kampf. Nicht mal der Beste in diesem Run. Ah, wir haben ihn gleich. Denn mein Damage-Output mit der Helle Bade ist enorm. Oh mein Gott, komm schon. Nein! Er wäre fast runtergefallen. Das erste Aufstieg und Fallvideo nach dem Mögi-Comeback ist vier Jahre her. Ich fühle mich plötzlich alt. Nee, ich denke, es kommt schon ganz gut hin, wenn ich bedenke, wie die Videos damals aufgebaut waren und sowas. Ich hatte noch Haare zu der Zeit. Dementsprechend würde ich sagen, vier Jahre, doch, das sehe ich. Als Randomizer alles random und kann man dadurch auch bricken, also mit der Story nicht mehr weiterkommen. Äh, nein, ich habe eine relativ grußige Logik eingestellt und alles random ist. Ich habe Gegner- und Enemy-Randomizer. Mit Gegner- und Enemy meine ich Item- und Enemy-Randomizer. So was geht mir nicht auf die Nerven. Okay. Dann wäre es ja geklärt soweit. Dann wäre es ja geklärt. Oh ja, das Video oder Hey-Videos ist alt mittlerweile. Ich meine, zu der Zeit stand der Schreibtisch noch an der Wand hinter mir. Allein das, allein dieses Setup hier habe ich schon seit Jahren. Okay. Oh, hör doch auf! Diese Kastallgegner machen einfach so viel Schaden. Oh oh. Du stirbst jetzt. Leute, ich wünsche dir wirklich wert nicht diesen Bone Wheels zieht. Der ist ein bisschen belastend. 27 Mal in der Haare verabschieden sich auch langsam mit Gestern mit Nassrasierer drüber. Ja, mit Nassrasierer die Mühe will ich mir nicht machen. Denn die Haare wachsen ja trotzdem nach und Haare wachsen relativ schnell. Das heißt, mit Nassrasierer ist... Ja, keine Ahnung. Es ist nicht lang, wo das wirklich bemerkbar ist. Wird wahrscheinlich schon am nächsten Tag so sein, dass es jetzt so einfach dann nur mit einem Trimmer drüber gegangen. Wofür also überhaupt die Mühe? 0,5 Millimeter pro Tag im Durchschnitt. In 26 habe ich zum Glück noch volles wallendes Haar. Das ist eine wilde Geschichte. Oh mein fucking Gott, was ist hier alles? Au! Au! Sonne muss doch mit Glatze wirklich nervig sein, oder? Inwiefern? Oh mein Gott. So, jetzt wird mich niemand von euch mehr einfach so überraschen. Sonnenbrand, wenn man keine Lust auf Hüte hat. Mein... Ja, es ist... Keine Ahnung. So wie rausgehen und keine Lust auf Sonnencreme haben und generell dann Sonnenbrand kriegen. Mein... Ja... Das schätze ich nervig, aber... Keine Ahnung. Kann es auch einfach einen Sonnenbrand kriegen, wenn das weniger nervig für dich ist. Das größte Argument für Glatze ist, man sieht weniger, wenn man einen Tag nicht geduscht hat. Ich meine... Ja, ja... Ja... Da man aber relativ regelmäßig im Idealfall worauf ich meistens keine Lust habe, ähm... seine Haare eigentlich trimmen sollte, ist das nicht so viel weniger Arbeit, wie man denkt. Bei Haare waschen musst du nicht fucking Haare von dem... von der Küchenrolle aus dem Waschbecken die ganze Zeit irgendwie wegmachen und dann wieder das restliche Waschbecken sauber machen von der Scheiße. Außer von Beko Fresh, sechs Monate. Peace up, baby lieben Dank. Gab schon Feuer wegen deiner blendenden Pracht. Infern ist jetzt, ist, äh... sind Dinge, die hell sind, brennen die, oder was? Ist eine Taschenlampe und ein Flammenwerfer. Deine Glatz ist im Sommer wie ein Spiegel. Ah ja, okay. Oh, warte, der Schlüssel war schon da unten. Okay. 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 Einen Schlag überlebt. Mächtiger Kamerad. So, gehen wir zu Capra rüber. Au. Hör doch auf. Tut doch weh, sowas. Mit dir die Arschbacke. Ich glaube, ich will den Weg da oben gar nicht aufmachen. Das kleine Kämmerlein da drüben war sehr belastend. Das ist nicht so. Außerdem von, äh, Impact, äh, Impacted Crates, glaube ich. Äh, frischer Subviewe, lieben Dank. Seltsamer oder seltener Ring der Opfer. Wahrscheinlich ja ein seltener. Weg, Kollege. Hey, wer wischt ihr mich denn überhaupt? Okay, komm nicht aus der Tür raus. Nee, komm, gehen wir rein. Gehen wir rein! Wer ist der zweite normale Gegner? Ist das ein Bogenschütze irgendwo? Mein Beileid übrigens für diesen Kampf, Siv. Das ist eine miese Nummer hier. Das ist eine miese, miese Nummer. Oh, oh. Oh, oh. Okay, lass mich mal in Ruhe jetzt. Oh, mein fucking Gott. Jetzt! Dankeschön! Das war ein bisschen nervig. Willkommen, Sivri. Das war ein kleines bisschen nervig. So, dann würde ich sagen, ich werde da mal die Tiefmen in Angriff nehmen, nachdem ich kurz beim Händler oben war. Immer schön Estus für die Hydration. In Estus ist Feuer drin. Ich glaube, das hydriert nicht so gut. Ja, ich wollte was zum Trinken, aber ich habe keine Lust aufzustehen. Das mache ich bestimmt gleich. Oh, warte, ich habe den Schlüssel für das Bonfire hier. Ich glaube nicht. Oh, Gott. Runter zu gehen, ohne meinen Estus aufzufüllen, ist eine ziemlich dumme Idee. Alles okay. Kriegen wir alles hin. Ich werde Sanctus ausrüsten. Immer noch Fastroll. Und dann statt dem Ring den Ring des bösen Augers, damit ich noch ein bisschen HP regenerieren kann, wenn ich Gegner kille. Und so wird alles gut gehen und ich werde nicht sterben. Graue Scholle. Ich habe den Schlüssel ja nicht. Ups. Wo will ich als nächstes hin? Ich meine wahrscheinlich die Archive. Hinwollen ist natürlich ein großes Wort dafür. Außer von Winni Pucci. Zwei Monate. Resub. Vielen lieben Dank. Hinwollen ist natürlich viel gesagt. Warum kann ich den Schild nicht tragen? Braucht man da ach man braucht 18 Wille. Zu Gwyn. Ich würde gern zu Gwyn gehen. Aber der lässt mich ja nicht rein. Hält sich für was ganz besonderes. Oh Gott. Nicht die Katakomben. Wobei man die Katakomben relativ schnell machen kann, weil es da glaube ich ich glaube es gibt keine Key-Item-Location in den Katakomben. Ne, ich glaube es gibt keine. Ich glaube es gibt keine Schatztruhe und es gibt keinen Schlüssel. Hm, okay. Der war nicht so motiviert mich anzugreifen. Sucht den freshen Manuel. Manus kann ich auch nicht besuchen. Weil ich nicht ins DLC kann. Aber ich habe glücklicherweise schon Dusk befreit. Das bedeutet, dass was eigentlich da oben der Kristall-Golem ist im Originalspiel, der wird mir ein Key-Item geben. Seht ihr den Ring hinter dem Titan-Night-Demon als Key-Item-Location? Nein. Nein, nein, nein. Dementsprechend müssen wir uns gar nicht erst die Mühe machen, so zu tun. So, weil wir es mitnehmen wollen. Ach, und runter nach Ash-Lay könnte ich auch noch gehen. Da gibt es noch den Tail-Cut bei dem Everlasting Dragon. Pickaxed. Und noch ein Boss-Kampf. Jaucheküchlein, Zaubererumhang. Das ist doch alles Müll. So, ich glaube, dass unter der Treppe war keine Kiste, aber... Ach, shit, warte mal, wir müssen ein paar Gegner hier killen. Hier gab es nämlich definitiv mindestens eine Kiste. Oh Gott, der Typ. Ich hasse es, wie er immer in die Luft schlägt. Das Küchlein klingt auch recht delikat. Warte, wenn wir gerade dabei sind, ich habe irgendwelche... Ah, ja. Wollte gerade sagen, was war eigentlich mein Snack fürs Wochenende, aber, was ich mir geholt habe, waren so... Ich glaube, die sind einfach von der Edeka-Eigenmarke, die Kekse. Das sind Cookies, Schoko-Cookies mit ein bisschen Haselnüssen drin. Und die sind ziemlich stark. Gut und günstig. Nein, steht einfach nur Edeka. Gut und günstiges Kaufland. Wenn mich gerade nicht alles täuscht. Oder? Oh-oh. Ist auch eine Edeka-Eigenmarke? Okay. Auf den Keksen steht auf jeden Fall Edeka drauf. Ich habe doch auch keine Ahnung. Wie erkennt man eigentlich Mimics? Zum einen sind sie an festen Locations im Spiel und zum anderen die Kette liegt ein bisschen anders. Also bei einer normalen Schatztruhe siehst du, die Kette ist dann in so einem kleinen Bogen liegt sie da. Bei einer Mimic ist sie aber eher gerade. Gut und günstiges auch Edeka-Quelle. Ich habe bei Edeka gearbeitet. Nein, nein, ich glaube euch schon. Ich glaube euch doch auch so. Ich habe mir eine Tüte von diesen viereckigen Fruchtkaramellen geholt, die an Fasching immer rumgeworfen werden. Achso, die die Mao-Am ähnlichen Teile, nur sind sie in so einer flachen Tüte. Mit Kirsche. Muss ich die Truhe öffnen, wo Avalon normal drin ist. Was? Ich habe das Gefühl, dass ich habe das Gefühl, es wird irgendeine Falle, aber welche Truhe, wo Avalon drin ist. Die Super, achso, die Evelyn. Superabos. Ja, das machen wir, da müssen wir zu den drehenden Treppen. Ich dachte kurz, es wird eine Vorlage. Dann kommt irgendwas wie Avalon meine Eier oder so. Dann dachte ich mir, ach Gott, ich muss fragen. Ja, die Evelyn werde ich holen. Können wir aber noch nicht. Wie sieht es denn aus? Stehst du zum Steam Deck? Steam Deck ist ziemlich cool. Wir haben vorhin sogar ein bisschen drüber geredet. Lord Abaddon Nee, nee. Zell Schlüssel. Hab ich das Game Gear Video gesehen und irgendwie habe ich das Steam Deck schon hart daran. Hä, wieso? Erstens Gefühl, die sind sehr unterschiedliche Handhelds. Ah. Genau, die Key Item Location sind ganz unten. Glaube ich. Bei Logan. Dann ist oben Schlüssel und oben und oben dann die eine Schatzruin im Schlüssel. Okay. Oh, da würde ich echt gerne nicht reingehen. Ich könnte nachschauen, ob ich den Schlüssel für da drin überhaupt habe, aber wir gehen einfach rein und sehen, was passiert. Das war eine linke Nummer gerade eben. Einfach so, ich die Gegner durchzuschießen. mein fucking Gott. Es sind einfach so viele Gegner auf einem Haufen. In der Zelle ist so einiges drin. Schlimmste ist ja, dass ich noch nicht mal weiß, ob ich überhaupt den Schlüssel habe. Um das tatsächliche Key-Item mitzunehmen. Goldharz. Ich habe ihn nicht. Ich weiß nicht, ob das denn überhaupt ein Key-Item ist. Hallo, Logan. Stell dir mal vor, Toad aus Mario wäre so stark wie diese Pilze in Dark Souls. Bowser will nicht mal die Nähe des Schlosses wagen. Toad ist der stärkste Charakter aus Super Mario Bros. 2. Ganz recht, das ist ein Doki-Doki-Panik-Moment, meine Freunde. Ich habe auch Gänsehaut. Ich glaube die zählt nicht als Key-Item. Naja, das ist auch nur der Schlüssel für da oben. Steam Deck oder Switch für Exclusive ist, was lohnt sich mehr. Ich meine, die Switch kostet effektiv so viel wie ein Steam Deck, oder? Natürlich Switch, also nee. Also in meiner Welt ich spiele nicht mal ansatzweise so viel auf der Switch wie auf Steam. In meiner Welt hat man sehr viel mehr von Steam. Ich habe bereits recht gut einen PC, also ich meine, dann musst du wir so auch nebenbei noch einen Steam Deck haben willst. Du bist ja auch ein Switch-Hater. Ich meine, Leute werfen mit dem harten H-Wort heutzutage sehr schnell um sich. Aber man muss natürlich auch sagen, von allen Nintendo-Konsolen, die ich hatte, wie verschlossen. Von allen Nintendo-Konsolen, die ich hatte, die ich miterlebt habe, als die aktuell waren, mache ich die Switch schon am wenigsten. Die Wii U? Ne, ich hatte viel Spaß in der Wii U-Ära. Die Wii U-Ära haben sie viele neue Dinge probiert und sowas. Das meiste hat natürlich nicht geklappt, ganz offensichtlich, aber Wii U-Ära, ich fand sie spaßiger als die Switch-Ära. Die Switch-Ära ist halt alles so generisch geworden, sie machen immer nur sichere Sequels zu irgendwelchen Spielen. Sind nicht wirklich irgendwelche Experimente oder so mehr da? Ist halt einfach nur ja, Nintendo-Spiel 2. Man spielt und denkt sich, ja, ich mochte den Vorgänger mehr, aber ist trotzdem ganz nett. Ist immer so mein Gefühl bei Switch-Spielen. Riesentür-Schlüssel. Bei welchem Spiel dachtest du dir das? Inwiefern Odyssey, Metroid Red. Okay, was habe ich sonst auf der Switch gespielt? Das ist geil, das sind ja nicht, ich meine, das sind ein paar neue Spiele. Link's Awakening Remake ist auch ganz nett, aber es ist keine Link Between Worlds. Ja, ich meine, Breath of the Wild ist, äh, das war, äh, das war ein Hit. Tears of the Kingdom. Das war überhaupt der Vorgänger von Odyssey. Spiel mal Galaxy 2, du hast immer noch nicht gespielt. Außer von Kurai, nur 59 Monate. Ries up, wie viel lieben Dank. 3D World ist nicht so krass wie Odyssey, muss man sagen. Ich finde die beide nicht so krass. Ah ja, 3D World ist mehr ein Sequel von 3D Land. 3D World ist eigentlich schon sehr anders als die klassischen 3D Marios. Es zählt auch nicht zu den 3D Marios dazu und sowas. Aber ja, ich switche es in Ordnung und sowas. Ich finde nur, keine Ahnung, ist nicht die kreativste Konsole, ist halt alles sehr... Sie machen das alles sehr sicher. Irgendwann, wenn es wieder einen HD-Pod für eine Woche gibt zum 40. Jahrestag. Naja, vielleicht bringen sie nochmal Super Mario All-Stars vom Super Nintendo dann raus. Ich kann es immer noch nicht glauben, dass sie auf der fucking Wii ich weiß, was das für ein Jubiläum von Mario war wahrscheinlich das zwanzigste, dass sie einfach Super Mario All-Stars vom Super Nintendo auf die fucking Wii gebracht haben. Aber dafür hast du noch ein paar Artworks, die du anschauen kannst. fuck Artworks. Shit. Lohnt sich ja richtig. Einfach unglaublich. Das haben sie auch mit Kirby gemacht. Nein, das ist nicht richtig. Das mit Kirby war eine Ich meine, sie hätten mehr Spiele in die Kirby Collection packen können. Ich denke, daran gibt es keine Zweifel. Aber das war nicht eine Collection vom Super Nintendo. Oberhammer war die Kirby Collection auch nicht, aber es war wenigstens was Neues beziehungsweise neue Collection. Die Cooking Mama für Switch kostet 32 Euro auf Amazon. Ich meine, es gibt halt immer den einen fucking Typen, der viel zu viel verlangt und dann wird das Preis angezeigt. Warum ist alles One-Hit? Weil ich eine relativ akzeptable Waffe habe. Vielen Dank für vier Monate. Resub. Amazon wird normal aber immer der günstigere Preis angezeigt. Ja, werden halt nicht viele anbieten dann in dem Fall. Shit, ich will keine Schatzruhe übersehen dieses Mal. Ich habe zuletzt ein DS-Spiel, das kam gestern oder heute an. Wer kauft gebraucht überhaupt bei Amazon? Ja, ich weiß auch nicht, ist ein bisschen scheiße, aber an sich Rebuy und sowas haben auch ihr Zeug auf Amazon gelistet. Es ist komisch geregelt, dass man nicht sieht, von wem es verkauft wird so richtig. Würde ich auch nicht empfehlen. Vor allem siehst du auch genau, ich habe mir Moon gekauft. Jetzt werde ich natürlich sagen, was? Der ganze Mond? Wie, jetzt darf ich den, jetzt muss ich jetzt zahlen, wenn ich ihn anschauen will? Hä? Ist das überhaupt erlaubt? Pass auf. Ich rede natürlich von dem klassischen First Person Shooter auf dem Nintendo DS. Yes, nur noch eine Fürstensäle von dem von dem gleichen Team, das auch die Dementium Reihe gemacht hat. Und sie hatten auf jeden Fall grafisch sehr beeindruckende First Person Spiele auf dem DS. Warte, hier drüben war ich schon. Ich will ein Video über das Studio machen. Oh, Renegade Kid war der Name. Ich habe gerade, ich dachte mir gerade, wie hieß sie nochmal? Und mir ist nur Degenerate eingefallen. Ich dachte mir, nein, das ist nicht, das war nicht das degenerierte Studio. Die hießen anders. Aber es war Renegade. Ja, Renegade Kid. Die haben auch Mutant Muds gemacht. Dann sind sie hart pleite gegangen. Moon ist kein Port von irgendeinem Spiel auf dem DS oder so. Es ist ein Exklusivspiel. Beziehungsweise, sie haben noch ein Remaster auf dem 3DS gemacht von Moon und Dementium, aber die haben so wenige Leute gekauft, dass ich sie nicht mal auf eBay finden kann. Ich weiß nicht überhaupt, die im Laden verkauft wurden. Was ist das Ziel des Runs? Den Run zu bestehen? Das ist jetzt wahrscheinlich erstmal ein bisschen unerwartet. Aber das Ziel ist es, den Run zu gewinnen. So, wir müssen auf jeden Fall noch die Evelyn da oben holen. Darauf freue ich mich sehr. Wir nehmen erstmal die unzähligen Schatzrönen hier mit. Ja, Runs sollen der bringen, ist ziemlich verrückt. Wo war die Mimik hier? Hier war sie nicht. Ride of Kindling. Schatztruhe. Liebe Freunde. Liebe, liebe, liebe Freunde. Zum Thema, was ist das Ziel des Runs? Das Ziel des Runs ist es, Gwyn in den Arsch zu treten. Oder welche Form auch immer er gerade angenommen hat. Denn wir sind fertig. Seht ihr? Es geht auch noch ganz schnell. Manchmal hat man auch ein bisschen Glück. 4,5 Stunden? Ich habe mich am Anfang noch drüber lustig gemacht, dass ich mir heute vor dem Stream dachte, ja, vielleicht könnte ich es in 3,5-4 Stunden schaffen und jetzt bin ich in der Zeit fertig geworden. Das habe ich mir verdient nach dem letzten Randomizer, der so ein fucking Elend war. Ich hoffe, es wird was Dummes. Wie der Riese hier. Vorsicht, du fällst. Ich hoffe, unser Boss Gegner wird Taurus Dämon. Wir haben heute nämlich nicht einmal Taurus Dämon bekämpft. Danach der sagenumwobene Portal 2 Stream. Nee, das ist ein zu langes Spiel. Wir werden danach noch ein, zwei Isaac Runs machen. Und dann bin ich auch fertig für heute. Ich hoffe auf das Battle of Chaos. Ich glaube, Battle of Chaos kommt hier nicht als Boss. Es können auch Boss kommen, die hier nicht reinpassen. Das heißt, eventuell könnte Ceaseless Discharge kommen. Ceaseless Discharge als Gegner im Randomizer zu bekommen, ist ziemlich lustig, weil er einfach nur diese unglaublich klobigen Low-Poly-Füße hat. Wir sollen auch andere Souls Games im Randomizer spielen. Ich will auf jeden Fall einen Dark Souls 3 Enemy Randomizer machen. Vielleicht werde ich den in absehbarer Zeit bei machen. Ich will aber auch die Convergence Mod von Dark Souls 3 mal spielen. Okay, damit fände ich ein bisschen belastend. Melenia aber auch. Was jetzt im normalen Dark Souls nochmal mit diesen Krabben auf sich? Das sind die Vagrants und ein Vagrant spawnt, wenn man ein Item ablegt, während man mit den Servern verbunden ist und das Item, das man abgelegt hat, wird dann in der Welt von einem anderen Spieler zu einem Vagrant und wenn der Vagrant dann, der reift auch an und wenn der zehn Spieler gekillt hat, dann wird er zu einem roten Vagrant. Es gab noch irgendwie einen anderen Vagrant oder so. Das ist eine ganz komische Mechanik. Oh mein fucking Gott! Der fette Gwyn ist zurück! Wirklich! Das zweite Mal in Folge fett sagt Gwyn! Ich meine, ich finde ihn super passend als Gwyn! Den hatten wir aber schon beim letzten Mal! Ja! Was hättest du davon, Gwyn? Hättest du mal nicht so viel von der Flamme genascht! Hätt sich ganz schön gehen lassen! Säureflut! Ja, so geht's mir manchmal mit Sodbrennen, meine Freunde! No Hit übrigens! Und so haben wir es überstanden! Was für ein Run! Ich meine, am Anfang war er so langsam! Es war so ein unerträglich fucking langsamer Run! Aber ich habe das Gefühl, als ich die helle Bade dann ausrüsten konnte, ab dann ging es richtig vor mir! Da musste er aber auch lange auf dich warten! Das stimmt gar nicht! Das war super schnell! Komm schon, es waren 4,5 Stunden! Das ist ein ziemlich erquickender, schneller Randomizer! Ich bin zurück, meine Freunde! Ich bin zurück! Und diesmal ist meine Waffe auch nicht kaputt gegangen beim letzten Bosskampf! Das war doch ein guter Run, würde ich sagen! Welches End ist eigentlich Kernan? Spielt keine Rolle! Spielt absolut keine Rolle! Die Welt von Dark Souls funktioniert in Zyklen! Es gibt immer ein Zeitalter des Feuers und beziehungsweise es kann auch mehrere Zeitalter des Feuers nacheinander geben, aber du kannst dich zu viele machen, weil das Feuer irgendwann einfach keine Energie mehr hat und dann musst du ihm ganz ein bisschen Zeit geben. Dann kommt ein Zeitalter der Dunkelheit und so weiter und so fort und ganz am Ende von Dark Souls 3 beginnt alles zu Asche zu werden und Bäume wachsen von überall, was an sich parallel mit dem Anfang aus Dark Souls 1 eventuell haben könnte, wo die Welt einfach nur Asche war, beziehungsweise einfach nur Grau und nichts außer die Bäume und den Drachen und dann wurde die erste Flamme gefunden und dann es geht einfach immer weiter. Welches Ende magst du mehr? Ich denke, das einzig Sinnvolle ist, das Feuer ausgehen zu lassen, denn ich meine, wir sehen ja natürlich auch in Dark Souls 3 zum Beispiel, wozu der Versuch führt, die Flamme immer weiter brennen zu lassen, wo dann irgendwann einfach keine Energie mehr da ist, dann müssen sie die Leute wiederholen, die beim Entfachen der Flamme schon mal gescheitert sind, was in dem Fall die Aschefürsten sind, beziehungsweise die Aschen Ones, das sind die, die Aschefürsten waren andere, es waren welche, die sich geweigert haben, die Flamme zu entfachen und viele weigern sich auch, das immer wieder zu machen, weil es eine Sache ist, die weil die Welt einfach ein bisschen mehr sich wieder regenerieren muss. Wäre das Herrscher oder Hüllen das richtige Ende von Dark Souls 3? Es, alles ist das richtige Ende. Es ist alles das richtige Ende, es kommt dann einfach nur, es geht so oder so, kommt ein weiterer Zyklus und weiterer Durchlauf, das heißt, alles ist richtig. Jedes Ende ist richtig, jedes Ende wird passieren, jedes Ende ist schon mal passiert, es geht einfach immer weiter. Aschefürst haben es mal entfacht, aber Lothrake hat sich geweigert. Ach, das war's, die Aschen Ones sind gescheitert. Genau, stimmt, 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 stimmt. Wie hängt das jetzt mit Elden Ring zusammen? Das ist ein komplett anderes Spiel. Es heißt nicht Dark Souls, es hat nichts mit Dark Souls zu tun und ich weiß auch nicht, warum Leute das immer vergleichen. Ich verstehe, ich verstehe nicht, wo die Gemeinsamkeit sein soll. Aber es ist ja alles ausreichend von From Software gezeugt, nur mit Dark Souls 3 werde ich nicht so richtig warm, keine Ahnung, warum. Aber Dark Souls 3, ich mag Dark Souls 3. Warte, Controller brauche ich noch. Okay, aber Demon's Souls, ich meine, Demon's Souls hat eine gute, in sich geschlossene Lore, muss man sagen. Eine, die Sinn ergibt. Du spielst das Spiel, sie erklären die Grundkonzepte und denkst dir, oh ja, ich verstehe. Oh, das ist also mit dem König erlernt passiert. Ich verstehe, da haben wir wohl einen Abschluss der Story. Und bei Elden Ring sind sie ganz stolz darauf, dass du dir fucking YouTube-Videos anschauen musst, um irgendwas zu verstehen.